Über die Cheops-Pyramide in Gizeh ist schon viel geschrieben worden. Doch es scheint, das Wichtigste wurde übersehen. Wir haben eine lange Reise rund um den Globus vor uns. Danach werden wir die Geschichte Ägyptens aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachten. So manche Gewissheit wird dabei über Bord gespült werden. Doch zunächst machen wir uns daran, einzelne Fakten genau unter die Lupe zu nehmen. Um am Ende ein völlig neues Bild der Cheops-Pyramide zu gewinnen. Was macht gerade diese Größte aller Pyramiden so außergewöhnlich? Es sind folgende acht Punkte. Punkt 1. Noch vor dem Bau der eigentlichen Pyramide ließen die Baumeister den felsigen Bauplatz schleifen. Nur in der Mitte blieb der Fels stehen. Das übrige Plateau wurde mit gewaltigen Steinblöcken ausgelegt. Ein jeder hat das Gewicht eines großen Autos. Kaum einer spricht über diese gewaltige Bauleistung. Punkt 2. Für den Bau wurden außer Kalksteinquadern 130 Granitblöcke gebraucht. Die Blöcke mit einem Gewicht von 12 bis 70 Tonnen wurden aus 800 Kilometer Entfernung herangeschafft und in bis zu 60 Meter Höhe verbaut. Punkt 3. Die Cheops-Pyramide besitzt drei überraschend kleine Grabkammern. Die Felsenkammer, die Königinnenkammer und die Königskammer. Der 1 Meter breite, absteigende Gang wurde 100 Meter mit äußerster Präzision in den Fels getrieben, wo er sich zur Felsenkammer öffnet. Für Pierre-Louis Gicopat, einen der Planer des Potsdamer Platzes in Berlin, eine enorme Leistung. Der Gang ist so eng. Die Bedingungen für die Handwerker müssen extrem gewesen sein. Dass sie trotzdem auf ganzer Länge einen konstanten Winkel einhalten konnten, erfordert besondere Kenntnisse in Geometrie und spezielles Werkzeug beim Bauprozess. Punkt 4. 2,3 Millionen Tonnen schwere Steinblöcke höchst unterschiedlicher Größe und Form wurden verbaut. Das macht es weit schwieriger, sie zu einem großen Ganzen zusammenzufügen. Trotzdem ist das Ergebnis so präzise, als hätte man moderne Baumaschinen verwendet. Die Königskammer ist horizontal wie vertikal perfekt ausgelotet. Selbst eine Abweichung von einem Zentimeter wäre optisch kaum zu erkennen. Doch die antiken Baumeister erreichten eine Genauigkeit im Zehntel-Millimeter-Bereich. Chris Weiss ist einer der besten Konstrukteure unserer Zeit. Dass man in jener Zeit so präzise bauen konnte, ist überaus erstaunlich. Selbst heutzutage wären viele Bauunternehmen mit einer derart genauen Bauausführung überfordert. Dabei hat die Cheops-Pyramide mindestens drei schwere Erdbeben überstanden. Das letzte im 13. Jahrhundert. Dennoch. Alles ist an seinem Platz. Es gibt auch im Innern keine Zerstörungen. Punkt 5. Die Pyramide wurde exakt in Nord-Süd-Richtung erbaut. Die Abweichung beträgt fünfhundertstel Grad. Es ist nicht lange her, dass diese Präzision im Bau wieder erreicht wurde. Noch im 17. Jahrhundert lag die Abweichung selbst bei außergewöhnlichen Gebäuden fünfmal so hoch. Punkt 6. Nur selten wird erwähnt, dass die Cheops-Pyramide nicht vier, sondern genauer acht Seiten hat. Denn ihre vier Flächen sind leicht gewinkelt. Das hat ihren Bau noch weit schwieriger gemacht. Wollte man so ein achtflächiges Gebäude heutzutage mit einer Präzision im Zentimeter- oder Millimeterbereich errichten, so wäre das extrem schwierig. Obwohl wir über genaue Mess- und Kontrollinstrumente verfügen, auch mit heutigen Mitteln wäre ein Bau von so monumentalen Ausmaßen eine nur schwer zu meisternde Herausforderung. Punkt 7. Die Cheops-Pyramide soll in nur 20 Jahren erbaut worden sein. Dazu ein Rechenexempel. Selbst bei 12-Stunden-Schichten an 365 Tagen im Jahr müsste man etwa alle zwei Minuten einen Steinquader in Position bringen und einbauen. Punkt 8. Die Pyramide wurde zu einer Zeit errichtet, als man in Ägypten weder das Rad noch Eisen oder Stahl kannte. Man besaß Meißel aus Bronze, Steinwerkzeuge, Hanfseile und viele gute Ideen. So entstand das letzte noch existierende der sieben antiken Weltwunder. Vor 4600 Jahren also, als die meisten Menschen fellbehängt irgendwie ihr Leben meisterten, wurde in Gizeh diese Pyramide errichtet. Dafür wurde ein Felshügel abgetragen. Eine Fläche von mehr als sechs Fußballfeldern wurde mit Steinblöcken ausgelegt. 2,3 Millionen Steinquader mit einem Gewicht von gut 6,2 Millionen Tonnen wurden verbaut, zu einem Bauwerk von 146 Metern Höhe. Ein schmaler, 100 Meter langer Gang wurde schnurgerade in den Felsuntergrund getrieben. 130 Granitquader wurden bis in 70 Meter Höhe verbaut, mit millimetergenauer Präzision. Die Pyramide hatte acht Seiten statt vier. Sie hat schweren Erdbeben getrotzt. Die Genauigkeit beim Bau ist bis heute unübertroffen. Die Pyramide ist exakt ausgerichtet und das alles gebaute nur 20 Jahren, und zwar damit. Das ist nicht nur beeindruckend, es erscheint geradezu unglaubwürdig. Doch genau das gab den Anstoß zu diesem Film. Zehn Jahre wurde allen Rätseln nachgegangen, und das Ergebnis der Recherche ist geradezu umwerfend. Doch fangen wir ganz von vorn an. Die Geschichte Ägyptens scheint wie in Stein gemeißelt. Sie basiert auf Forschung und harten Fakten. Oder etwa nicht? Was wissen wir eigentlich über das Alte Reich? Die Zeit, in der die Cheops-Pyramide entstand. Jean Leclan, einer der profiliertesten Kenner des alten Ägypten, meint, eindeutig datieren lasse sich die Geschichte Ägyptens erst ab 680 vor Christus. Seit dieser Zeit gibt es Querverbindungen zu griechischen und römischen Quellen. Die Unterschiede können plus minus 200 Jahre betragen. Wir glauben, die Ägyptologen könnten im Überfluss auf alte Quellen zurückgreifen. Das ist auch für gewisse Zeitabschnitte richtig. Aber gerade für das Alte Reich gibt es stattdessen viele Fragezeichen. Ihre Fragen sind auch unsere. Wir haben viele Ideen zum Bau der Pyramiden, aber keine alten Schriften. Das gilt auch für Cheops, dessen Grab die große Pyramide sein soll. Es ist unsicher, wann und wie lange er regierte. Wie bei allen Pharaonen haben wir keine Schriften von ihm. Um einen Eindruck zu bekommen, wie schwierig es ist, die Wahrheit auch nur zu erahnen, reicht ein Blick auf die alten Texte. Geschrieben in einer schwer zu entziffernden Schrift, Jahrhunderte nach dem Bau der Cheops-Pyramide. Kurz zusammengefasst lässt sich sagen. Ägyptologen sind bei weitem nicht einer Meinung. Sie stellen Thesen auf, fügen dieses hinzu, lassen jenes weg. Das betrifft auch den Bau der Cheops-Pyramide. Außer dem Bauwerk selbst gibt es wenig harte Fakten. Es ist nur naheliegend, bei Geologen und Experten für die Bearbeitung von Steinen nachzuforschen. Wie auch bei Ingenieuren und Architekten. Zwei Baustellen liefern uns eine anschauliche Vorstellung davon, was in Gizeh geleistet wurde. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts beteiligten sich 22 Nationen mit finanzieller Unterstützung von 50 Ländern an der Umsetzung der in über 2200 Blöcke zersägten Tempelanlagen von Abu Simbel, die vom Assu-Anstaudamm bedroht waren. Trotz modernster Maschinen dauerte das Unternehmen fünf Jahre. 2200 Sandstein- und Felsblöcke in fünf Jahren. Zwei Millionen in 20 Jahren, ohne Baumaschinen und Kräne. Die zweite Baustelle ist eine ehemalige Tongrube, die mit Schutt aufgefüllt wurde. Das Volumen der Grube ist etwas kleiner als das Volumen der Cheops-Pyramide. Und wie lange dauerte es, die Grube aufzufüllen? Zwölf Jahre. Und da wurde nichts erbaut. Alle drei Minuten kippte ein Kieslaster einfach seine Ladung ab. Pro Werktag 80 Laster. Jean-Pierre Martin leitete den Bau des Viadukts von Lillot, einem der größten Bauvorhaben Frankreichs. Sein Kommentar zur Cheops-Pyramide? Entweder man glaubt an Gott oder Aliens, dann kann man sich alles vorstellen. Oder man hält sich an die irdische Vorstellung, dass hier Menschen gebaut haben. Wie sie das geschafft haben? Keine Ahnung. Ich könnte es jedenfalls nicht bauen. Ist es nicht wahrscheinlich, dass der Bau viel länger dauerte? Der Bau der Pyramide von Ter Tijorcan im heutigen Mexiko brauchte 150 Jahre. Dabei ist sie nur halb so hoch. Warum klammern sich die Forscher an die 20 Jahre Bauzeit? Weil dann die Theorie komplett ins Wanken käme, dass es sich um das Grab von Cheops handelt. Und das widerspräche komplett der herrschenden Lehrmeinung. Lange Zeit hielten sich hartnäckig Gerüchte, natürlich nicht auf Seiten der Ägyptologen, dass die Pyramiden eine ganz andere Funktion hatten. Doch das war undenkbar. Wenn es nicht das Grab von Cheops war, was könnte es dann gewesen sein? Allein diese Frage auch nur zu stellen, macht einen in den Augen der Forscher klar zu einem Pyramidioten. Ehrlich gesagt, unsere Suche nach dem wahren Geheimnis der Cheops-Pyramide wäre wohl im Sand der ägyptischen Wüste verlaufen, hätten wir nicht die Unterstützung von fachkundigen Menschen bekommen, die uns immer wieder den Weg gewiesen haben. Überall sieht man dieses Bild. Mauern aus unregelmäßig geformten Felsblöcken. Es wäre doch viel einfacher gewesen, regelmäßig behauene Steine zu verbauen. Das ist mir ein komplettes Rätsel. Erst recht der Aufbau der Mauern. Ohne jeden Mörtel. Das sind unförmige Steine, die sich dennoch perfekt einpassen. Einfach unglaublich. Kein Blatt Papier passt zwischen diese gigantischen Mauersteine. Beeindruckend sind solche leicht runden Steine, die sich perfekt in die Rundung ihrer Nachbarn fügen. Diese Felsen hat man nicht erst vor kurzem wieder so aufgebaut. Für die unförmigen Quader gibt es eine Erklärung. Vermutlich hat man so Baumaterial gespart, das ja aus großer Entfernung antransportiert wurde. Die konnten so alles Material verbauen. Das ergibt Sinn. Denn wer lässt schon gern Material ungenutzt, das mühevoll aus 800 Kilometer Entfernung herangeschafft werden muss? Wie würde man heute arbeiten? Philippe Robert leitet eines der größten Granitsägewerke in Frankreich. Wir würden jeden Block Rohmaterial genau erfassen. Dann machen wir uns an den Zuschnitt. Und zwar so, dass die Blöcke perfekt zusammenpassen. Mit Maschinen kein Problem. Aber mit den bloßen Händen? Das hat seit jenen Tagen wohl niemand mehr versucht. Sind die Steine wirklich nur deshalb so unregelmäßig, weil sie so aus dem antiken Steinbruch kamen? Von wegen. Die Fotos zeigen es. Diese Kante entspricht genau der Linie gegenüber. Das Gleiche ist auch hier zu sehen. Damit war klar widerlegt, dass die antiken Baumeister die Steine einfach so verwendeten, wie sie angeliefert wurden. Im Gegenteil. Unendlich viel Zeit und Kraft wurde darauf verwendet, sie präzise in Form zu bringen. Härteste Granitblöcke mit einfachsten Werkzeugen zurechtzumeißeln, das stellen sich wohl nur noch Ägyptologen in ihren hübschen Bilderbüchern so vor. Welche Erkenntnis lässt sich daraus ableiten? Wenn ein Bauwerk absolut stabil sein soll, dann muss es aus unregelmäßigen Strukturen aufgebaut sein. Das verhindert den Einsturz, etwa von Mauern bei einem Erdbeben. Weil es keine Steinblöcke mit Einheitsgröße gibt, fehlen größere Bruchkanten. Genau das stabilisiert die Mauer. In der Tat. Solche Bauwerke sind erdbebensicher. Die Cheops-Pyramide liefert den Beweis. Dadurch, dass sie nach wie vor steht. Das wiederum bedeutet, die Baumeister wussten, was sie taten, aber erdbebensichere Strukturen sind ein Forschungsergebnis unserer Zeit. Éric Gontier hat seine ganz persönliche Meinung dazu. Ganz ehrlich, wann immer ich Pyramiden vor Ort systematisch untersucht habe, wurden alle Theorien über den Haufen geworfen. Aber vielleicht hatten die Ingenieure jener Zeit schlicht Freude daran, einfache Aufgaben kompliziert zu lösen. Warum sonst haben sie die Cheops-Pyramide mit acht Seiten gebaut, statt einfach mit vier? So viel Aufwand nur für ein Grab? Vielleicht war sie ja mehr als das. Licht ins Dunkel der Vergangenheit bringen Fotos aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Der Mathematikprofessor André Pochon kam in den 30er Jahren zufällig an diese beeindruckenden Aufnahmen der Royal Air Force. Die Südseite der Pyramide war plötzlich zweigeteilt. In Licht und Schatten. Der Grund liegt darin, dass die Südseite nicht eben ist, sondern leicht gewinkelt. Das Phänomen dauert nur wenige Sekunden an. Und es lässt sich genau zweimal im Jahr beobachten. Zur Tag- und Nachtgleiche im Frühjahr und Herbst. André Pochon hat dies am 21. März 1934 mit Infrarotaufnahmen überprüft. Man kann die präzisen Daten der Cheops-Pyramide einschließlich ihres genauen Standorts in eine Software für Architekten eingeben und das Phänomen am Computer simulieren. Bereits zu Zeiten Pochons gab es Experten, die zu bedenken gaben, der Cheops-Pyramide fehle die äußere Hülle aus Kalkstein. Außerdem könne man bei der benachbarten Chefrin-Pyramide sehen, dass die Seiten ursprünglich eben waren. Der Knick in den Seitenflächen der Cheops-Pyramide sei nicht gewollt gewesen. Das war keine Absicht, sondern die Folge eines minimalen Konstruktionsfehlers. Beim Bau der Pyramide hätten sich also die Seiten ein wenig nach innen geneigt. Doch dieser Fehler sei anschließend durch die Verblendung mit Kalksteinplatten ausgeglichen worden. Erst als sie verloren ging, war der Knick wieder sichtbar. Was sagt ein Statiker dazu? Für mich ist es unvorstellbar, dass eine Seite einknickt und die benachbarte Seite im rechten Winkel genauso. Bis am Ende alle vier Seiten so aussehen. Zwei eingeknickte Seiten ja, aber nicht vier. Wenn das passiert wäre, hätte die Struktur insgesamt nicht mehr standgehalten und wir würden im Gebäude Risse sehen. Das war Absicht. Der Architekt wollte das so. Doch nach wie vor wird die These vertreten, dieser Knick sei später entstanden. Als Beleg dient diese Reihe Steine an der nördlichen Grundseite. Sie sind schnurgerade. Doch ganz offenkundig gehören die Steine gar nicht hierher. Verlängert man ihre Kante, stößt man im falschen Winkel auf die Steine darüber. Wenn wir nun jenen Experten Glauben schenken, die meinen, der Knick sei gewollt gewesen, kommen wir zu dem Schluss, an Tagen der Tag- und Nachtgleiche sollte die Pyramide ein charakteristisches Lichtsignal senden. Damit stellen wir uns gegen die herrschende Meinung der Ägyptologen. Und tatsächlich erscheint es fast unvorstellbar, dass die alten Ägypter mit ihren einfachen Werkzeugen so eine komplizierte Struktur am dafür perfekten Ort errichten konnten. Da stellt sich die Frage, hatten sie wirklich nur so einfache Werkzeuge? Direkt an der Cheops-Pyramide erstreckt sich ein dunkles Felsplateau, das von Touristen gern als Picknickplätzchen genutzt wird. Wer dort allerdings die Kamera zückt, bekommt Besuch von den Sicherheitskräften. Betrachtet man die Steine genau, fallen einem polierte Bereiche auf. Auch Rillen, Schnitte und Kerben. Wenn man diese Bilder im Kopf behält, erinnert man sich daran, wenn man Steine sieht, die mit modernen Maschinen bearbeitet worden sind. Gut 4500 Jahre trennen diese Artefakte, aber sie ähneln sich verblüffend. An anderen Stellen altergyptischer Bauwerke gibt es diese rätselhaften Bohrlöcher. Wozu dienten sie? Sie sehen konischen Bohrlöchern verblüffend ähnlich, die heutzutage in Steine getrieben werden, um sie zu bearbeiten. Und niemand kann erklären, wie man das vor 4500 Jahren geschafft hat. Wer sich mit den Werkzeugen der alten Ägypter beschäftigt, landet bei ihren Kunstwerken. Ob klein oder groß, die Oberfläche ist perfekt poliert. Selbst bei Steinen, die härter sind als Stahl, den man seiner Zeit noch gar nicht kannte. Und es gibt viele solcher Objekte. 40.000 wurden bei der Djoser-Pyramide nahe Sakkara gefunden. Der ältesten Pyramide überhaupt. Wer postuliert, solche filigranen Kunstwerke habe man mit einfachen Werkzeugen hergestellt, sollte wohl versucht haben, sie mit solchen Werkzeugen nachzumachen. Doch von wegen. Das ergab die Nachfrage bei einem Interview im Louvre. Bei der Analyse der Vasen haben wir uns bislang ausschließlich mit deren Inhalt beschäftigt. Nicht dagegen mit der Herstellung der Gefäße. Weder am Louvre noch irgendwo sonst hat man das versucht. Ob sie nun mit Honig oder Milch gefüllt waren, erscheint unwichtig im Vergleich zur Frage, wie man 40.000 solcher Gefäße mit steinzeitlichen Mitteln produzieren konnte. Wir fliegen zum Steinbruch südlich von Assouan, wo der berühmte Rosengranit für die Cheops-Pyramide gebrochen wurde. Das ist der sogenannte unvollendete Obelisk. Er ist 41,75 Meter lang und hätte, einmal fertiggestellt, ein Gewicht von etwa 1168 Tonnen gehabt. Wie wollte man so ein Objekt transportieren? Und wie wurde der Obelisk aus dem Stein gehauen? Angeblich mit solchen Werkzeugen. An diesem Ort gibt es noch mehr Merkwürdiges zu entdecken. Etwa diesen Schacht hier. Wie auch diese Öffnung. Oder dieses Bohrloch. Und für all das braucht man wirklich nichts weiter als so einen Stein? Viele Arbeitskräfte wurden gebraucht und die haben sogar die Oberflächen ihrer Schächte poliert? Im Ernst? Nun aber wird's endgültig gigantisch. Die Memnon-Kolosse sind die wohl schwersten Statuen der Welt. Beide wiegen jeweils samt Sockel über 1300 Tonnen. Eric Gontier meint sogar 1800 Tonnen. Wohl niemand hat je wieder versucht, solche kolossalen Bildnisse zu bewegen. Und das soll den alten Ägyptern wirklich allein mit Seilen und ein paar Hölzern gelungen sein? Ich sage ja. Denn der Beweis steht vor uns. Wir müssen einfach nur unsere Augen öffnen. Der Fall ist klar. Dies alles wurde mit einfachsten Werkzeugen geleistet. Aus dem einfachen Grund, dass es damals nichts anderes gab als einfaches Werkzeug. Für wahr. Ein schlagender Beweis. Warum wurde nie postuliert, dass hierfür offenkundig Maschinen notwendig waren? Weil dieser Gedanke schlicht undenkbar ist. Dabei gibt es keine Aufzeichnungen über den Bau der Pyramiden. Wir haben also nichts als unsere Vermutungen. Und die sind uns offenbar lieb und teuer. Wer Kritik äußert, dem wird seitens der Forschung vorgeworfen, nach Sensationen zu haschen. Aber ist es nicht erst recht, Sensationshascherei, zu behaupten, die Cheops-Pyramide sei in 20 Jahren erbaut worden? 1991 hatte ein amerikanischer Fernsehsender versucht, den Bau der Pyramiden nachzustellen. Professor Josef Davidovitz war damals vor Ort. Die Verkleidung wurde ausschließlich mit Handwerkzeugen gefertigt. Überall gab es solche Steinfugen, bis zu einem Zentimeter breit. Um einen Steinquader knapp zwei Meter in die Höhe zu heben, brauchten sie volle zehn Stunden. Sie meinten dazu, mit mehr Erfahrung geht das viel schneller. In der Dokumentation wurde das Experiment als Erfolg dargestellt. Es war ein Fiasko. Eines, das sich tief ins Bewusstsein der Ägyptenforscher eingegraben hat. Doch die Mini-Pyramide wurde nicht fertig. Und wenige Jahre später brach sie zusammen. Solange wir an gewissen Voraussetzungen festhalten, kommen wir nicht weiter. Wir müssen uns für den Gedanken öffnen, dass andere Techniken zum Einsatz kamen. Das sind Hieroglyphen aus dem alten Ägypten, die seit jenen Tagen nicht verändert wurden. Wie soll man das erklären? Ist das nicht der Beweis moderner Technologie? Nun, sicher nicht. Was hier passiert ist, lässt sich wie folgt aufklären. Das ist der Name des Pharaos Setos I. Und seines Sohnes Ramses II. Dessen Name wurde über den des Vaters gemeißelt und im Laufe der Zeit bröckelte auch noch etwas Stein ab. Und schon staunt man. Da sich Ägyptologen zu so etwas nicht äußern mögen, blühen die Gerüchte. Doch eines sollte klar sein. Bilder muss man stets misstrauisch betrachten. Wir werden noch sehr beeindruckende Beispiele kennenlernen. Wenn Forscher etwas nicht erklären können, handelt es sich bald um einen religiösen Gegenstand. Zwei Sakralgefäße, ein Altar, eine religiöse Szene und eine Vase in Form einer Lotusblüte. Bilder solcher Objekte finden wir selten in Büchern. Kein Wunder. Die ist aus dem Museum in Kairo. Ach ja? Eine Lotusblütenvase. Erinnere Sie nicht. Unglücklicherweise haben wir keine Erklärung dafür parat, um was sonst es sich handeln könnte. Aber nach einer Vase sieht es eher nicht aus. Dort, wo die Blüte im Wasser liegen soll, ist der Boden durchlöchert. Von allen Expertenmeinungen hier die Ansicht des Ingenieurs Arlen Andrews. Wissenschaftler sehen darin eine Skulptur oder einen religiösen Gegenstand. Als Ingenieur ist das für mich ein Maschinenbauteil. Ich habe die Forscher angefläht. Befragen Sie doch mal Techniker nach der Funktion solcher Objekte. Vielleicht ist es eine gute Idee, sich Ingenieuren zuzuwenden, die sich mit den Werkzeugen und Technologien jener Zeit beschäftigen. Einer von ihnen ist Chris Dunn. Als Ingenieur entwickelt er militärische Präzisionsgeräte für die Luftwaffe. Er hat die 15 Meter hohen Statuen von Luxor eingehend untersucht. Mit höchst erstaunlichen Ergebnissen. Die Statuen von Ramses in Luxor beeindrucken durch ihre perfekte Ausführung. Die Gesichtszüge sind sehr detailliert und verdienen eine genaue Untersuchung. Ins Auge sticht die absolute Symmetrie des Gesichts. Spiegelt man das Gesicht computertechnisch, kann man anschließend die beiden Fotos übereinanderlegen. Hier wird deutlich, wie präzise die Bildhauer gearbeitet haben. Wir sehen, diese Kinnlinie entspricht exakt der hier. Einfach unglaublich. Um zu erreichen, dass sich die eine Seite perfekt mit der anderen deckt, haben sie offenkundig ein Berechnungssystem besessen. Mit diesem System konnten sie den Stein in die gewünschte geometrische Form bringen. Das schafft niemand, der sich einen Granitblock einfach mit Hammer und Meißel vornimmt, bis er irgendwann sagen kann, oh, das sieht doch wie ein menschliches Gesicht aus. Sowas gelingt nicht zufällig. Wie wir nun sehen werden, kann man die Formen mit Kreisen beschreiben. Aber man sollte bedenken, ein Kreis ist zweidimensional, ein Gesicht aber ist räumlich. Die Kinnlinie läuft von hinten nach vorn. Das ist geometrisch sehr anspruchsvoll. Auf der gegenüberliegenden Seite das Gleiche. Betrachten wir nun andere Bereiche des Gesichts. Die Augenbrauen, die Lider unten wie oben, die Lippen und auch die Linie des geschlossenen Mundes. Ganz ähnlich die Seite. Wieder beschreiben Kreissegmente die Form der Linien. Und alle Kreise haben den gleichen Durchmesser. Das alles gilt nicht nur für die Ramses-Statue. Auch andere Köpfe sind derart geometrisch geformt. Die Technik ist die eine Seite, aber was ist mit den handwerklichen Fähigkeiten? Wer hat ihnen das Werkzeug geführt? Die menschliche Hand kann ohne Hilfsmittel nicht derart präzise arbeiten. Heutzutage helfen uns Maschinen, komplexe Formen aus dem Stein zu schneiden. Im Augenblick kann ich nur aus der Sicht eines Ingenieurs etwas darüber sagen, wer, wann und mit welcher Genauigkeit so etwas zustande gebracht hat. Alle weitergehenden Fragen müssen andere beantworten. Wenn Besucher in Ägypten mit Entdeckergeist die Skulpturen, die Reliefs und die Hieroglyphen studieren, dann hört man häufig als erstes so etwas wie, die hatten doch gar nicht unsere heutigen Maschinen. Mit diesen steinernen Werkzeugen ist man zwar langsam, aber ans Ziel kommt man damit auch. Je härter das zu bearbeitende Material, etwa Granit, desto hingebungsvoller arbeiteten der Mann im Steinbruch der Steinmetz und der Bildhauer. Das war Teil der Beziehung zwischen diesen Menschen und ihren Göttern. Mit viel Zeit mag man eine Statue auf Hochglanz bringen. Aber das erklärt nicht ihre auf Zehntel Millimeter genaue Symmetrie. Dafür reichten die angeblichen Werkzeuge jener Zeit einfach nicht. Erst recht nicht, wenn es um kolossale Statuen von 15 Metern Höhe geht. Je länger man sich damit auseinandersetzt, desto plausibler erscheint einem, die Menschen jener Zeit müssen noch über völlig andere Technologien verfügt haben. Oder gibt es eine andere Erklärung? In den Lehrbüchern finden wir immer nur solche bunten Bildchen, aber die können einfach niemanden wirklich überzeugen. Keiner kann nachträglich einfach postulieren, welche Werkzeuge zum Einsatz kamen. Wer dazu Theorien aufstellt, sollte sie in der Praxis demonstrieren können. Die Frage der Werkzeuge stellt sich nicht nur bei den Bauwerken des alten Ägypten. Diese Fotos zeigen völlig andere antike Städten. Und doch erinnern sie einen geradezu frappierend an die Mauern in den Tempeln am Nil. Als strenggläubiger Archäologe sollte man bei diesem Gedanken wohl umgehend einen Erholungsurlaub antreten. Warum? Diese Mauern stehen in einer entlegenen Ecke der Welt, weit entfernt vom Niltal. Um dorthin zu gelangen, ist ein Flugzeug nötig, denn die Osterinsel liegt mitten im Pazifik. Bis zur Küste Chiles sind es 3700 Kilometer, bis nach Tahiti sogar über 4000 Kilometer. Die Insel ist ein Dreieck mit gut 160 Quadratkilometer Fläche. Wer eine felsige Ödnis erwartet, wird überrascht. Die Insel ist tropisch grün, wird bevölkert von wilden Pferden und zwei ihrer drei Vulkankrater sind mit Süßwasser gefüllt. Aus dem Tuffstein des Vulkans Rano Raraku meißelten Ureinwohner einst die Moais, die berühmten Steinfiguren. Hier die gängige These, wie die Insel besiedelt wurde. Im Rahmen der sogenannten polynesischen Expansion erreichten Einwohner der 3700 Kilometer entfernten Marquesas-Inseln ein Eiland, das sie Rapanui nannten und ließen sich dauerhaft nieder. Doch wann genau war das? Das Alter des Gesteins können Wissenschaftler bestimmen, mehr aber nicht. Ich kann es geologisch einordnen. Ich kann sagen, woher es stammt und bestimmen, wie viele Millionen oder Milliarden Jahre alt dieses Gestein ist. Aber da endet mein Wissen als Geologe. Wann die Bildhauer den Tuffstein bearbeitet haben, bleibt also im Dunkel der Geschichte verborgen. Laut den Archäologen ist dies die älteste Mauer der Insel, ein Podest für die gewaltigen Statuen. Und wieder scheint zu gelten, die älteste Mauer enthält die größten Steinquader mit der besten Passung. Insgesamt stehen hunderte von Moais verteilt über die gesamte Insel. Der größte ist knapp zehn Meter hoch. Dieser 21 Meter lange Moai wurde nicht mehr fertiggestellt. Er hätte an die 250 Tonnen gerogen. Wie beim unvollendeten Obelisken von Asuan stellt sich auch hier die Frage, wie wollten die Menschen diese Statue bewegen und am Ende aufrichten. Die Moais wiegen im Durchschnitt über zwölf Tonnen und es sind vermutlich gut 1000 Stück gewesen. Unmöglich ist so etwas nicht. Aber der größte Moai, den man mit Muskelkraft wieder aufgerichtet hat, war knapp fünf Tonnen. Der zentrale Moai dagegen bringt 60 Tonnen auf die Waage und steht 15 Kilometer vom Steinbruch entfernt. Die übliche Erklärung lautet, was bei fünf Tonnen funktioniert, funktioniert auch bei 100. Ingenieure und Techniker sagen da etwas ganz anderes. Eine 100 Tonnen schwere Statue zu transportieren und auf ein Podest zu stellen, erfordert extremes Können. Und sie wurden nicht irgendwie aufgestellt. Alle Moais blicken ins Landesinnere. Bis auf diese sieben hier. Sie starren zum Horizont und zwar ganz präzise Richtung Westen. Ihre Augen sind auf den Punkt gerichtet, an dem zur Tag- und Nachtgleiche die Sonne versinkt. Kein Wunder, die unerschrockenen polynesischen Seefahrer verstanden viel von Navigation anhand der Sterne. Ein weiteres Mysterium der Insel ist die Schrift der Ureinwohner. Sie konnte noch nicht vollständig entziffert werden. Nach einer Theorie ähneln die Schriftzeichen denen von Mohenjo-Daro in Pakistan. Doch das liegt 20.000 Kilometer Luftlinie entfernt. Wäre Giese ganz in der Nähe, könnte man denken, die antiken Baumeister hätten sich ausgetauscht. So bleibt nur die Vermutung, dass sie vergleichbare Probleme ähnlich gelöst haben. Wie es manche Archäologen ausdrücken, Biber in aller Welt kennen sich nicht und bauen doch die gleichen Dämme. Warum hat sich eine Gruppe Polynesier eines Tages entschieden, alles hinter sich zu lassen, Freunde, Familie und die geliebte Heimat, um sich auf eine waghalsige Reise ins Unbekannte zu begeben, die erst nach 3700 Kilometern enden sollte. Die Gesichter der Statuen sehen auch gar nicht polynesisch aus, mit ihren Adlernasen, den schmalen Lippen und der hohen Stirn. Und sind dies die Hände der Bildhauer? Ausgerechnet in Peru hat man Darstellungen gefunden, die dieser aus Vinapu ähneln. Die Steinarbeiten hier in Vinapu und in der Inka-Festung Sacsayhuacman gehören zu den beeindruckendsten Zeugnissen ihrer Art. Ich kann nicht ausschließen, dass die Inkas unsere Insel beeinflusst haben. Dieser Frage kann man nur vor Ort nachgehen, in Peru. Auf der Halbinsel Paracas findet sich diese gewaltige Felszeichnung. Niemand weiß, wann der Kandelaber von Paracas geschaffen wurde. Vorschläge sind jederzeit willkommen. Klar ist nur, dass die 167 Meter lange Zeichnung exakt eingenordet ist. Und sie ähnelt einem anderen Felszeichnungsphänomen, den gigantischen Linien von Nazca. Auf 500 Quadratkilometern der gewaltigen Nazca-Ebene wurden 1926 aus der Luft diese Bilder entdeckt. Sie wurden der Nazca-Kultur zugeschrieben, die hier von 200 vor Christus bis 600 nach Christus existierte. Die Zeichnungen der Tiere sind schon für sich genommen äußerst beeindruckend. Doch was sie so unglaublich macht, ist ihre enorme Größe. Außerdem gibt es diese wie mit dem Lineal gezogenen Linien. Die längste misst über 20 Kilometer. Die schmale Straße ist übrigens die Panamericana und die Spielzeugautos sind riesige Laster. Vom Boden lassen sich die Figuren nicht mal erahnen, auch nicht von den umliegenden Bergen. Nur aus dem Flugzeug werden sie sichtbar. Wofür dienten sie? Es waren vermutlich Wege vielleicht für Prozessionen. Wie wir Archäologen sagen, diese Linien waren da, um benutzt zu werden. Gibt es wirklich keine Erklärung, die etwas überzeugender wäre? Nicht weit von Nazca wurden sechs Ziegelpyramiden entdeckt. Es soll dort noch 40 weitere Gebäude geben, noch aber ist die Gegend wenig erforscht. In der Stadt Ica gibt es ein bedeutendes Museum für präkolumbianische Mumien. Dieser deformierte Schädel erinnert stark an die ungewöhnliche Kopfform des ägyptischen Pharaos Echnaton. Und weiter geht es nach Cusco, der ehemaligen Hauptstadt des Inka-Reiches. Im Herzen der Stadt finden wir diese beeindruckende Megalitmauer. Hier eine jüngere. Die Mauern entstammen zwar verschiedenen Epochen, beide haben aber schon so manchem Erdbeben getrotzt. Das gleiche gilt für die enorme Inka-Festung von Sacsayhuachman, oberhalb der Stadt. Das hier sind wahre Zyklopenmauern. Wie lassen sich solche Felsen derart präzise zusammenfügen? Man sollte nicht unterschätzen, welcher Aufwand bei der Glättung der Kanten nötig ist. Peru wird immer wieder von Erdbeben erschüttert. Dabei wurden moderne Gebäude nach neuesten Methoden errichtet regelmäßig den Erdboden gleichgemacht. Diese Steinmauern aber stehen noch. Laut Marco Arribalo, einem örtlichen Forscher, bilden diese Festung Cusco und der heilige Ort Kenko ein perfektes Dreieck. Ich habe keine Erklärung dafür, dass die Distanzen zu anderen Orten auf den Meter, hunderte Meter oder Kilometer genau übereinstimmen. Aber es ist eine Tatsache. Und für diese Tatsache gibt es vielleicht eine Erklärung. Der nächste Name auf unserer Liste ist das knapp 2000 Kilometer entfernte Ochian Tetambo. Auch hier wieder das gleiche Bild. Die ältesten Mauern sind die massivsten. Aus Steinen, die völlig unregelmäßig geformt sind und dennoch perfekt passen. Heutzutage ist es überhaupt kein Problem, Objekte mit 10 Tonnen Gewicht bis zu 100 Meter hoch zu hieven. Aber dafür braucht man modernste Kräne. Wir heute können das, aber vor 500 Jahren wäre es unmöglich gewesen. Und wir reden über die alten Ägypter. Das Kronjuwel der Inka-Städte liegt hoch in den Bergen. Machu Picchu. Wer Machu Picchu besucht, spürt förmlich, wie fortschrittlich die Kulturen der Anden waren. Allerdings muss man wissen, die Menschen unten im Tal von Cusco ahnten nichts von der Existenz Machu Picchus. Hier wurde das Wissen der Inka an folgende Generationen weitergegeben. Und erneut zeigt sich, die ältesten Bauten sind aus den massivsten Elementen konstruiert worden. Mit perfekter Passgenauigkeit. Dann eine Überraschung. Diese Wand gleicht der, die man noch heute in Gizeh bestaunen kann. Gebaut mit der gleichen Fügetechnik. Es ist Zeit, die Fakten zusammenzufassen. Überall stehen diese Zyklopenmauern aus gewaltigen, unregelmäßig geformten Steinblöcken. Oft nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet. Doch nirgendwo ein Hinweis auf die Konstruktionsmittel. Und das ist noch nicht alles. Die Biber mögen in aller Welt die gleichen Dämme bauen. Aber sie richten sie nicht nach einer Linie aus. Über Zehntausende von Kilometern. Würde man die Sache mit den Augen von Charles Darwin betrachten, gäbe es zwei Lösungen. Entweder wir haben es mit einer Entwicklungslinie zu tun. Das bedeutet, diese Menschen wussten alle voneinander. Auch wenn sie durch tausende von Kilometern voneinander getrennt waren. Oder wir haben es mit vier völlig eigenständigen Entwicklungslinien zu tun. Homo sapiens bleibt Homo sapiens, ganz gleich wo auf der Welt. Bestimmte Probleme werden auf bestimmte Arten von ihm gelöst. Dass man bei vier Entwicklungslinien zum gleichen Ergebnis kommt, erscheint mir unglaubwürdig. Dass die Inka in Ägypten waren, ist ebenso unwahrscheinlich. Wenn sie aber nicht in Kontakt standen, wie konnten sie dann ihre Kultstätten so präzise aneinander ausrichten? Mit einem Winkel von 30 Grad zum Äquator? Antworten finden sich vielleicht in Mexiko. Die Legende berichtet, die Götter trafen sich in Teotihuacan, um die fünfte Sonne zu erschaffen. Wie in Gizeh stehen hier zwei große Pyramiden. Die Sonnen- und die Mondpyramide. So wie eine kleine Dritte, die der gefiederten Schlange. Bei der Sonnenpyramide gehen die Archäologen, etwas realistischer als in Ägypten, von 150 Jahren Bauzeit aus. Sie wird auch nicht als Grabmal betrachtet, doch wie die Anlage gebaut wurde, wieder weiß es keiner. Faszinierend ist, dass uns die Sonnenpyramide, wie auch andere Bauten hier, präzise die Tag- und Nachtgleiche anzeigen. Soweit die bekannten Pyramidenkulturen der Welt. Doch in Zentralchina gibt es weitgehend unbekannte Pyramiden, wie die in Shenzi. Die Region wurde schon früh von Menschen besiedelt. Forscher schätzen, dass es hier etwa 100 Pyramiden gibt. Die öffentlichen Stellen in China möchten nicht, dass über diese Pyramiden Details bekannt werden. Und eine Genehmigung, die Pyramiden zu untersuchen, wurde verwehrt. Doch 1994 besuchte Hartwig-Hausdorf die Gegend und brachte aus China diese Bilder mit. Möglicherweise sind es die einzigen, die die Pyramiden dokumentieren. Es gibt gut 100 dieser Pyramiden. Eine enorme Leistung. Aber keiner weiß wann, von wem und warum sie errichtet wurden. Ich glaube, ich bin im Moment der einzige Mensch weltweit, der von den chinesischen Behörden auch die Erlaubnis bekommen hat, in China diese Pyramiden zu filmen. Und deswegen war es für mich einfach ein Muss, dort hinzugehen und der Welt zu beweisen, diese Pyramiden existieren. Eines bleibt wie in Mexiko und Ägypten auch hier mysteriös. Die Erbauer haben den Grund des Baus verschwiegen. Es wäre sinnlos, nach irgendwelchen Verbindungen zwischen weit entfernten Zivilisationen unterschiedlicher Zeiten zu suchen. Ägypten existierte lange vor den Kulturen im heutigen Mexiko. Und es gab keinerlei Verbindung zwischen Nordafrika und Mittelamerika. Es ist interessant. Die Ägypter schreiben in Hieroglyphen. Die chinesischen Schriftzeichen sind etwas Ähnliches, wenn auch viel komplexer. Und auch die Mayas hatten eine Bilderschrift. Und diese drei Kulturen haben alle monumentale Signalbauten errichtet. Aber das gilt nicht für Mesopotamien. Es ist also Zufall. Und Schrift entwickelt sich ganz natürlich, sehr häufig aus Bildzeichen. Es gibt noch mehr Gemeinsamkeiten, aber die wichtigsten sind eine Art Bilderschrift, Mumifizierung der Toten, Wissen um die Astronomie und damit verbunden frühe Kalender, sowie erdbebensichere Gebäudekonstruktionen und kein Hinweis über die Mittel, mit deren Hilfe all das ausgeführt wurde. Wir sind uns so sicher, dass all diese Kulturen zu verschiedenen Zeiten existierten. Dabei sollten wir nicht vergessen, dass man steinerne Monumente nicht datieren kann. Das geht nur bei organischem Material, das man in der Nähe findet. Es gibt nirgendwo Aufzeichnungen, die den Bau der Monumente darstellen. Da stellt sich unwillkürlich die Frage, wurden diese Großbauten tatsächlich von den Menschen dieser Völker errichtet? Wir können nicht ausschließen, dass diese perfekt gebauten Pyramiden von den Ägyptern nur übernommen wurden. Ich sage das als Wissenschaftler höchst ungern. Woher stammt das Wissen, wie man erdbebensichere Mauern baut? Wir haben gelernt, Schockwellen mit Dynamit zu erzeugen, um so etwas zu prüfen. Aber ohne solche Prüftechniken? Wie sollen wir diese Erdpyramiden erkunden, wenn wir sie mit Bäumen bepflanzen? Sie könnten bald schon so aussehen. Und wer wird dann auch wissen, dass sich darunter eine Pyramide verbirgt? Wir treten die Zeugnisse der Vergangenheit leichtfertig mit Füßen. Die Menschheit hat bislang kein Material, keine Bautechnik entwickelt, die derart unverwüstlich ist. Wir haben es nicht hinbekommen. Jeder, der sich mit diesen Fakten ernsthaft auseinandersetzt, kommt irgendwann zu der Erkenntnis, neben den offiziellen Theorien gibt es eine ganze Welt von Ideen und Fakten, die nicht ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden. Denn jeder Archäologe, der den ausgetretenen Pfad verlässt, wird keine Forschungsgelder mehr erhalten. Viele bedeutende Orte sind nur unzureichend erkundet worden. Aber wenn die Archäologie eine perfekte Wissenschaft wäre, gäbe es diesen Film wohl auch nicht. Solange wir steinerne Monumente nicht datieren können, haben wir keinerlei Gewissheit. Doch Wissenschaftler zeigen sich gegenüber alternativen Theorien wenig aufgeschlossen. Ist das noch Wissenschaft oder schon Glaube? Wir sollten noch einmal ganz von vorn anfangen. Die Osterinsel, Paracas, Nazca, Cusco, Saxihuahman, Ochiantetambo, Machu Picchu und Gizeh liegen alle auf einer Linie. Teotihuacan, Gizeh und Shenzi ebenso. Und das Zentrum bildet Gizeh. In Gizeh liegt offenbar ein Geheimnis verborgen. Irgendwann kommt der Punkt, an dem sich die vielen einzelnen Informationen von ihren althergebrachten Deutungsmustern lösen. So wie das Bildnis von Ramses nicht nur ein Gesicht, sondern auch eine geometrische Figur darstellt. Man wird endlich offener für die Theorien und Thesen andersdenkender. Man sucht ihren Kontakt und lernt von ihnen all die gemeinhin unterdrückten Details. Natürlich verliert man sich mitunter in haltlosen Gedankenspielen. Doch eine unbekannte Kraft, die durch all die Fakten hindurch zu wirken scheint, lässt einen nicht mehr los. Diese Kraft war an einem Punkt erstmals deutlich zu spüren. An der roten Pyramide des Pharaos Snorfrou, Cheops Vater. 1982 fand der deutsche Ägyptologe Rainer Stadelmann vor Ort die Bruchstücke des sogenannten Pyramidions. Das ist der oberste Abschlussstein einer Pyramide. Nun im Jahre 2005 drehen wir erste Filmaufnahmen davon. Unsere Messungen decken sich mit denen von Stadelmann. Das Pyramidion ist einen Meter hoch, die Länge der Grundseite beträgt 1,57 Meter. Wir haben es zusammengesetzt. Die Maße waren 1 Meter mal 1,57 Meter. Wie ungewöhnlich. Genau einen Meter? Die Ägypter hatten sich viel Wissen erarbeitet, aber unser metrisches System kannten sie natürlich nicht. Der rohe Stein dürfte zwei Kubikmeter gehabt haben. Genug für den Steinmetz. Das würde bedeuten, er ist zufällig genau einen Meter hoch. Denn wir wissen ja, dass das metrische System in jener Zeit noch nicht existierte. Vielleicht formulieren wir es genauer. Wir glauben, dass es damals noch nicht existierte. Wir werden darauf noch zurückkommen. Erstaunlich ist ohne Zweifel Folgendes. Bei weiteren Filmaufnahmen im Jahr 2008 sah das Pyramidion völlig anders aus. Das ist faszinierend. Denn damit geht ja die ureigene Funktion des Objekts verloren. Es hat genau diese Form, seit es erschaffen wurde. Und nun dies. Das ist für uns absolut unerklärlich. Nicht nur die Form des Pyramidions hatte sich verändert, auch seine Größe. Und das ist wichtig, wenn man bedenkt, welche zentrale Rolle es für die Städten in Gizeh hatte. Wie wir gleich sehen werden. Doch zunächst machen wir einen Schritt zurück. Ägyptologen werfen Forschern mit alternativen Ideen oft vor, sie wären bei der Beurteilung der Fakten nicht streng genug. Doch es zeigt sich, auch die anerkannte Wissenschaft nimmt es, vor allem mit ihren Quellen, nicht immer so ganz genau. Studieren Sie doch einfach mal diesen Text. Wer hat zum Beispiel je zu hören bekommen, dass sich Plinius der Ältere vor 2000 Jahren mit den Pyramiden beschäftigt hat? Zwölf seiner hoch angesehenen Kollegen konnten sich nicht einig werden, wer der Erbauer gewesen sei. Und wie viele dieser zwölf Schriften kennen wir heutzutage noch? Nur eine, die von Herodot. Und auf dessen Darstellung verlassen sich die Ägyptologen. Doch was konnte Herodot wissen? Viele Jahrhunderte später, 1859, kam der Engländer John Taylor auf die Idee, die doppelte Grundseite der Cheops-Pyramide durch ihre Höhe zu teilen. Ergebnis? Die Kreiszahl Pi. Manche wähnten nun Gott im Spiel, andere glaubten an einen Zufall. Doch niemand konnte sich vorstellen, dass die Ägypter schlicht die Zahl Pi kannten. Die Tragweite der Entdeckung von Taylor erschließt sich nicht sofort. Man muss tatsächlich all das, was man über die Cheops-Pyramide zu wissen glaubt, vorübergehend in den Hintergrund drängen. Um sich für Neues zu öffnen. Warum gerade die doppelte Grundseite? Dieser Informant, der nicht gefilmt werden möchte, sieht es so. Weil das die längste horizontale Strecke ist, die der Betrachter wahrnehmen kann, während die Höhe die längste vertikale Strecke darstellt. In der Cheops-Pyramide wurde nichts dem Zufall überlassen. Die Höhe geteilt durch zwei ergibt die Höhe, in der sich das oberste Kraggewölbe der Königskammer befindet. Die Höhe durch drei zeigt die Decke der Königskammer an. Die Höhe durch vier verweist auf das Kraggewölbe der Königinnenkammer. Die Höhe durch fünf zeigt die tiefste Stelle in der Felsenkammer an und die Höhe durch sieben den Boden der Königinnenkammer. Damit nicht genug die Größe der von außen sichtbaren Flächen geteilt durch die vom Betrachter nicht sichtbare Grundfläche, ergibt die berühmte goldene Zahl Phi. Auf der goldenen Zahl Phi basiert der goldene Schnitt. Inbegriff von Harmonie und Ästhetik. Die goldene Zahl ist irrational, lässt sich also nicht als Bruch darstellen. Dafür erfüllt sie folgende einzigartige Gleichungen. Die goldene Zahl addiert mit 1, ergibt das Quadrat der goldenen Zahl. Substrahiert man von der goldenen Zahl 1, erhält man ihren Kehrwert. Die goldene Zahl erscheint bei astronomischen Berechnungen, bei Mineralien, natürlich existierenden Winkeln, in Pflanzen und Tieren. Und sogar als Konstante des menschlichen Körpers. Das zu demonstrieren gelang Leonardo da Vinci. Die goldene Zahl gehört zur Kunst wie auch zum täglichen Leben, selbst wenn wir sie nicht wahrnehmen. Die goldene Zahl ist eine Konstante unseres Universums. Auch in der Cheops-Pyramide lässt sie sich noch an anderer Stelle finden. Teilt man die doppelte Grundseite durch die absolute Höhe, erhält man das Quadrat der goldenen Zahl. Also, die doppelte Grundseite geteilt durch die sichtbare Höhe ergibt Pi. Und die doppelte Grundseite geteilt durch die absolute Höhe von Felsenkammer bis Pyramidenspitze ergibt das Quadrat der goldenen Zahl. Gibt es eine Erklärung? Die Forschung verweist darauf, dass das Maß der Pyramide seinerzeit in ägyptischen Königsellen gemessen wurde. Die Grundseite betrug 440 Königsellen, die Höhe 280 Königsellen. Doch woher wissen die Archäologen so genau, wie lang eine Königselle war? Der Ursprung der Maßeinheit ist unbekannt. Und es gibt zwar Maßstücke aus Holz und Stein, doch die sind unterschiedlich lang. Deshalb haben Fachleute sie von den Dimensionen der Cheops-Pyramide abgeleitet und 1925 auf exakt 0,5236 Meter festgelegt. Das klingt zunächst nach Präzision. Aber kann man eine Zahl bis auf den Zehntel Millimeter von einem Gebäude ableiten, das so gewaltig wie die Cheops-Pyramide ist? Das ist, als würde man den Inhalt eines Pools mit einem Messbecher berechnen wollen. Erstaunlicherweise kamen alle bedeutenden Experten später auf eben diese Zahl. Loire, ein französischer Ägyptologe, berechnete sie als 0,5235 Meter. Ebenso der griechische Astronom Antoniadi. Auch Kerizel, ein Ingenieur, der zum Ägyptologen wurde, errechnete 0,5236 Meter. Bei der Cheops-Pyramide lässt sich anhand der Räume berechnen, dass die Königselle 0,5235 Meter betrug. Heutzutage sind sich dabei nicht mehr alle einig. Wir haben eine ganze Reihe von Ellen gefunden, deren Längen grob zwischen 52 und 53 Zentimetern schwanken. Aus solch groben Messwerkzeugen auf eine klar definierte, irrationale Zahl zu schließen, erscheint mir höchst gewagt. Derart unterschiedliche Werte sind eigentlich kein Problem, denn wir haben ja als Maß die Cheops-Pyramide. Und deren Königskammer ist aus Granit gebaut. Granit bleibt über Jahrtausende derart formstabil, dass wir dieses Gestein noch heute als messtechnisches Referenzmaterial verwenden. Warum dann diese Unsicherheit unter den Forschern? Weil wir den Ägyptern diese Präzision nicht zutrauen, wo doch die meisten Menschen zu jener Zeit noch im Steinzeitfeld durch die Landschaft zogen. Aus all dem lassen sich zwei Fragen formulieren. Erstens, wofür diese extreme Präzision bei einem 230 Meter breiten und 146 Meter hohen Bauwerk? Und wie hat man diese gewaltigen Quader derart präzise zusammengefügt? Für Christopher Dunn ist eines klar. Das sind die modernen Werkzeuge, die man brauchte, um das so präzise auszuführen. Vergleichbare Werkzeuge wurden aber nirgends gefunden. Die Baumeister hätten also präziser gebaut, als sie überhaupt nachmessen konnten. So wie die Bildhauer in Luxor Statuen geschaffen haben, deren perfekte Ausführung sich nur mit modernsten Methoden nachweisen lässt. Das erscheint wenig überzeugend. Es sei denn, man geht bei Konstruktion und Aufmaß einen ganz anderen Weg. Unter Verwendung geometrischer Kenntnisse. Zeichnet man mit einem Zirkel einen Kreis mit dem Durchmesser 1, dann beträgt der Umfang des Kreises genau Pi, also etwa 3,1416. Teilt man diese Zahl durch 6, erhält man mit 0,5236 etwa die Länge der königlichen Elle. Fünf Sechstel des Umfangs ergeben das Quadrat der goldenen Zahl. So also kamen die alten Ägypter möglicherweise auf ein Längenmaß, das wir heute als königliche Elle bezeichnen. Mathematik ist nichts für jedermann. Aber einmal auf den Geschmack gekommen, kann man sich ihrer Faszination kaum entziehen. Und die Cheops-Pyramide ist ganz offenbar Gestalt gewordene Mathematik. Ein Viereck und sein Mittelpunkt. Je nach gewählter Höhe lassen sich daraus alle existierenden Pyramidenformen ableiten. Für die Konstruktion der Cheops-Pyramide wurde ein Kreis gezeichnet, dessen Umfang dem Umfang des Vierecks entsprach. Klappen wir den Halbkreis nach oben, kommen wir exakt auf die Höhe der Cheops-Pyramide. Mit diesem Kniff entsteht eine mathematische Form, in der die Kreiszahl Pi und die goldene Zahl vereint sind. Die doppelte Grundseite geteilt durch die Höhe ergibt Pi. Die Größe der von außen sichtbaren Flächen geteilt durch die vom Betrachter nicht sichtbare Grundfläche ergibt die goldene Zahl Phi. Diese Länge geteilt durch jene ergibt die Quadratwurzel der goldenen Zahl. Auch diese Länge geteilt durch jene führt zur Quadratwurzel der goldenen Zahl. Genug damit. Ist das vielleicht alles reiner Zufall? Nein, denn sogar die Lage der Felsenkammer fügt sich in das mathematische Gewebe dieser außergewöhnlichen Zahlen, wie auch die Ausmaße der Königskammer. Sowohl der sichtbare Teil der Pyramide als auch die Königskammer und die absolute Höhe inklusive Felsenkammer spielen mit der Zahl Pi und der goldenen Zahl. Diese beiden außergewöhnlichen Zahlen finden sich einfach überall. Das Ganze ist mehr als nur verwirrend. Aber wie sagt doch Dustin Carr, ein amerikanischer Spezialist für Nanotechnologie? Die Baumeister haben jedes Detail durchdacht. Absolut nichts wurde hier dem Zufall überlassen. Was geradezu unfassbar erscheint. Diese Präzision der Ausführung lässt sich im Grunde erst mit den Messgeräten von heute erfassen. Was mit der Grundfläche der Cheops-Pyramide beginnt, setzt sich in der Raumaufteilung, dem Bauvolumen und den Maßen der Grabkammer fort. Einfach deshalb, weil die gleichen Methoden angewandt wurden. Wenn also die goldene Zahl eine Rolle spielte, dann findet sie sich deshalb überall wieder. Solche Berechnungen liefern einem vielleicht auch bei einem Küchenschemel, der perfekt entworfen wurde, überraschende Ergebnisse bei den Proportionen. Nur bitte interpretieren Sie in diese arithmetischen und geometrischen Werte kein Geheimnis hinein. Wie gehabt, alles bloß Zufall. Es ist höchst unwahrscheinlich, nach allen Berechnungen, dass die alten Ägypter die Zahl Pi gekannt haben. Auch der goldene Schnitt ist eine ungefähre Einheit in den Pyramiden und in den Pyramidentempeln. Es ist nie erwähnt in den ägyptischen Berechnungen und daher unwahrscheinlich. Den Ägyptern höchste mathematische Kenntnisse zuzutrauen, scheint unter Ägyptologen so etwas wie ein Tabu zu sein. Steinzeitwerkzeuge bedeuten für sie Steinzeitdenken. Wann immer Berechnungen erstaunliche Ergebnisse zeugen, werden sie als lustiger Zufall abgetan. Was sagt denn nun ein Mathematiker wie Claude Gensling zu den Befunden? Die Trefferquote ist so hoch, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zufalls infinitesimal gegen Null geht. Selbst für einen gestandenen Mathematiker, der mit Wahrscheinlichkeiten umgehen kann, erscheint es wohl begründet, dass die Ausmaße der Pyramide genauso gewählt wurden, weil sie die goldene Zahl repräsentieren. Jean Leclan hat diese Erkenntnisse bereits in die wissenschaftliche Diskussion getragen. Ich glaube, die alten Ägypter wussten um die goldene Zahl. Sonst würde man sie heute nicht überall wiederfinden. Vor allem nicht in dieser Präzision. Aber die ägyptische Kultur verstand sich darauf, Geheimnisse zu hüten. Und die hütet man sicher am besten, indem man sie nirgends schriftlich niederlegt. Aber warum daraus ein Geheimnis machen? Ich frage meinen Informanten. Vielleicht war es kein Geheimnis, sondern einfach höhere Geometrie. Die Sprache von Mathematikern ist nicht für jeden verständlich. Je mehr Zeit man mit Architekten verbringt, desto offensichtlicher wird Folgendes. Auch in der europäischen Architektur wurde, wie beim Parthenon von Athen, vieles auf Basis der goldenen Zahl gestaltet. Wir sprechen noch heute vom goldenen Schnitt, nach dessen Leitbild in den vergangenen 250 Jahren rund 200 Kathedralen gebaut wurden. Doch kein Bauplan verweist explizit auf diesen Umstand. Und gerade bei den Kathedralen gibt es noch mehr zu entdecken. So zeigt dieser Kreis präzise die Position der Sonne hoch über dem Horizont an den Tagen der Tag- und Nachtgleiche. Wie die Moais verweisen also auch unsere Kathedralen auf astronomische Phänomene. Ein weiterer Architekt demonstriert, dass sich die Maße der Cheops-Pyramide auch in der Fassade des Straßburger Münsters entdecken lassen. Obwohl zur Zeit, als die Kirche gebaut wurde, die Cheops-Pyramide zu Teilen im Wüstensand steckte. Ihre Größe für einen Betrachter also gar nicht erkennbar war. Also kannten auch die Erbauer der Kathedralen die goldene Zahl. Aber woher? Wir sollten davon nicht so überrascht sein. Geometrie und Arithmetik wurden in mittelalterlichen Kathedralen angewandt, mit dem Wissen, dass Kreuzfahrer von ihren Kontakten mitgebracht hatten. Verblüffend. Zwischen dem Bau der Kathedralen und dem der Pyramiden liegen fast 4000 Jahre. Wie wurde das Wissen um den goldenen Schnitt über diesen langen Zeitraum von der Öffentlichkeit unbemerkt weitergegeben? Vor dem Louvre steht die gläserne Pyramide des Architekten Iung Ming Pei. Es war nicht leicht, einen Interviewtermin zu bekommen. Aber endlich fand er die Zeit, sich all den Fragen zu seinem Nachbau der Cheops-Pyramide zu stellen. Warum verweisen Sie unablässig auf die Cheops-Pyramide? Die unterscheidet sich stark von meiner. Das Gefühl für die richtigen Proportionen. Etwa, ja, das ist die richtige Höhe. Das trägt man einfach in sich. Ich verwende keine mathematischen Formeln mehr. Unglaublich. War der berühmte Architekt wirklich nur dank seines Gefühls auf die gleichen Proportionen gekommen? Die Proportionen meiner Glaspyramide und der Pyramide in Gizeh ähneln sich sehr. Warum? Der goldene Schnitt, den man damals erfand, ist bis heute mein Maßstab. Ich habe viele Formen, viele Bauhöhen ausprobiert. Aber am Ende bewährte sich der goldene Schnitt der Ägypter. Erstaunlich, oder? Er hatte beim Betrachten der Cheops-Pyramide ein Gefühl für die goldene Zahl bekommen und verstand es, sie in seinen Entwurf zu übertragen. Leider erinnerte ihn ein Mitarbeiter an einen Arzttermin und er beendete das Interview, bevor es richtig angefangen hatte. Das waren neue Erkenntnisse und doch führten sich scheinbar nirgends an ein Ziel. Wir bauen noch heute Pyramiden, ohne genau zu wissen, was wir tun? War das wirklich die ganze Wahrheit? Es war der mathematisch versierte Informant, der den weiteren Weg ausleuchtete. Diese Länge in Metern, er benutzte ganz bewusst dieses Wort, minus der Höhe in Metern ergibt 314,16 Meter. Oder einfacher, 100 mal Pi. Dies plus das in Metern entspricht 100 mal dem Quadrat von Pi. Diese Länge in Metern minus dieser ergibt 10 mal Pi. Wäre die Cheops-Pyramide nur 50 Zentimeter höher oder niedriger gebaut worden, dann würden diese Berechnungen ins Leere laufen. Das gleiche gilt für die Königskammer. Diese Länge in Metern entspricht 10 mal Pi. Minus dieser Länge ergibt sie das 10-fache Quadrat der goldenen Zahl. Wäre die Kammer 5 Zentimeter größer oder kleiner, würden auch hier diese Formeln nicht aufgehen. Dazu kommt noch Folgendes. Nur für eine Pyramide in der ganzen Welt sind Pi und die goldene Zahl derart bestimmend. Die Cheops-Pyramide in Gizeh. Bereits die generellen Größenverhältnisse wirken nahezu magisch. Doch die Messungen in Metern ergeben endgültig ein verblüffend überzeugendes Bild. Doch der Informant hat einen Warnhinweis. Die Erbauer konnten das metrische System unmöglich kennen. Abgeleitet wurde der Urmeter aus der Entfernung vom Nordpol zum Äquator. Er wurde 1793 für verbindlich erklärt. Auf Vorschlag des Bischofs Teleron. Doch woher kommt unser Meter tatsächlich? Wurde es etwa jahrhundertelang im Geheimen weitergereicht? Haben nur die Mitglieder verschworener Bruderschaften von diesem Mars gewusst? Oder gibt es eine andere, einfache Erklärung? Wieder war so ein Punkt erreicht, an dem alle Fakten sich von ihren ursprünglichen Bezügen lösen. Der mathematisch versierte Informant war mit seinen Berechnungen noch längst nicht am Ende. Doch diesmal war endlich ein Ziel in Sicht. Ausgangspunkt war das Pyramideon. Es war nicht nur exakt einen Meter hoch. Addiert man zweimal die Grundseite von 1,57 Meter, erhält man wiederum 3,14, also Pi. Warum nur war niemand vorher auf diese Idee gekommen? Das Pyramideon war nichts anderes als das Urmeter der alten Ägypter für den Bau der Pyramide. Selbst seinem Entdecker war dies offenkundig entgangen. Vermutlich war dieses Pyramideon das fehlende Pyramideon der Cheops-Pyramide. Aber warum lag es dann 20 Kilometer entfernt am Fuß einer anderen Pyramide? Der Informant brachte wieder seinen Zirkel zum Einsatz. Wenn man dem Kreisdurchmesser den Wert 1 zuordnet, ohne jede Einheit, erhält man alle Verhältnisse so, als wenn es sich um genau einen Meter handeln würde. Aber nur, wenn man ihm den Wert 1 Meter zuordnet, kommt man auf die exakten Maße der Königselle. Offenbar kannten die Ägypter das metrische System. Lange vor uns. Eine abschließende Gleichung macht das Ergebnis praktisch unwiderlegbar. Da fragt man sich einfach, kann so eine komplexe Gleichung mit zwei herausragenden Zahlen wie der Kreiszahl und der goldenen Zahl genau die Länge der Königselle zum Ergebnis haben? Genug Mathematik. Der Informant entfaltete bereits eine Karte. Die Linie, die die Osterinsel mit Gizeh verbindet, ist Teil eines erdumspannenden Kreises von 40.000 Kilometern Länge. Der Länge des Äquators. Tatsächlich gibt es keinerlei Verbindung zwischen zwei Orten, ob sie nun Nachbarn sind oder weit entfernt, wenn zwischen den Kulturen derart viel Zeit liegt. Nichts verbindet die Osterinsel mit den ägyptischen Pyramiden. Auf einer etwa 100 Kilometer breiten Bahn verbindet diese weltumspannende Perlschnur bedeutende Kulturstätten. Sie läuft in Peru durch den Paracas-Kandelaba, die Nazca-Linien, Orian de Tambo, Machu Picchu, Cusco, Saxeo-Achman und den Ort der sogenannten Paratuari-Pyramiden. In Afrika erreicht sie in Mali das Land der Dogons, die lange vor uns die Sterne Sirius A und B kamten. Die globale Perlenkette läuft dann durch Tassilina-Tschäer in Algerien, berühmt für seine gewaltige Felszeichnung einer unbekannten Gottheit. In Ägypten wird die Oase Siva erreicht, schon in der Antike für das Orakel des Amun-Tempels berühmt. Und dann die Pyramiden von Gizeh. Weiter geht es über die Felsenstadt Petra in Jordanien, über das irakische Ur, Geburtsstätte von Abraham, nach Persepolis im Iran. Weitere Kultstätten, Mohenjo-Daro in Pakistan, dessen Schrift der auf der Osterinsel ähnelt, bekannt auch für seine Skelette. Und schon sind wir an Orten, an denen Gott schon immer vermutet wurde. Kacharau in Indien, Piai in Birma, Sukhothai in Thailand, Angkor Wat und Previar in Kambodscha. Weitere bedeutende Kultstätten führen uns zum magischen Ort am Ende der Welt. Der Osterinsel. Unglaublich? Nun, die Fakten lassen sich anhand der GPS-Koordinaten überprüfen. Zwar stammen viele Gebäude und Anlagen aus höchst unterschiedlichen Zeiten, aber gerade an heiligen Städten hat man oft uralte Ruinen überbaut. Wie konnten unsere Vorfahren all diese Orte auf eine Linie bringen, die so lang wie der Äquator ist und 30 Grad zu ihm geneigt? Würden wir die Linie als einen vergangenen Äquator begreifen, dann läge der zugehörige Nordpol an diesem Punkt. Verbunden mit den Städten von Gizeh und Nazca ergibt sich ein Dreieck in den präzisen Relationen der Chiobs-Pyramide. Die Entfernung zwischen Nazca und Gizeh ist die gleiche wie die zwischen Teotihuacan und Gizeh. Das gleiche gilt für die Entfernung Angkor Wat, Nazca sowie Mohenjo-Daro und der Osterinsel. Vier Kultstätten auf der Perlenkette. Die Entfernung der Osterinsel von Gizeh ist das zehntausendfache der goldenen Zahl. Die Strecke Angkor Wat-Gizeh multipliziert mit der goldenen Zahl entspricht der Länge Gizeh-Nazca. Und diese Strecke multipliziert mit der goldenen Zahl ergibt die Entfernung von Nazca nach Angkor Wat. Es werden nicht alle Kultstätten der Erde von diesem Äquatorring erfasst. Aber für meinen Informanten sind die auf dieser Linie eine Himmelsprojektion. Bei der Suche nach dem wahren Geheimnis der Chiobs-Pyramide haben auch schon andere bemerkenswerte Forschungsergebnisse zutage gefördert. Im letzten Jahrhundert erkannte der Priester und Astronom Morel, dass dieser Kult-Äquator die Landmassen der Erde exakt teilt. Mit Gizeh als zentralem Ort. 2000 Jahre zuvor erwähnte Aratharchides von Knidos, dass die Chiobs-Pyramide eine geografische Projektion der Oberfläche des nördlichen Teils der Erdkugel darstellt. Mathematische Berechnungen ergaben eine Bestätigung dieser These. Die doppelte Grundlinie wiederum ist die Strecke, um die sich ein Punkt am Äquator in einer Sekunde bewegt. Das resultiert aus dem Wert, den die Erdrehung unseres Planeten hat. Und diese Fülle an Daten ist in nur einem Objekt der Chiobs-Pyramide versammelt. Man hört schon die Kritiker mit ihrem Küchenstuhlargument murmeln oder noch schlimmer das Zahnbürstenbeispiel zitieren. Man kann sich jedes Objekt vornehmen, ob das eine Zahnbürste ist oder eine Dampflokomotive. Wer eine bestimmte Logik der Proportionen darin sucht, wird sie finden. Die einen halten alles für einen erstaunlichen Zufall. Die anderen wähnen die Hand Gottes im Spiel. Dabei geht es um harte Fakten. Und Fakten, so schrieb es Aldous Huxley, verschwinden nicht, nur wenn man sie ignoriert. Alles spricht gegen eine Vergangenheit, so wie wir sie zu kennen glauben. Um die Gedanken wieder auf ein Ziel zu lenken, analysieren wir erneut die Königskammer. Jeder Steinblock kam aus einer Entfernung von 800 Kilometern. Bei einem Gewicht vergleichbar dem von 40 Autos. Diese Blöcke wurden auf den Zehntelmillimeter präzise vertikal wie horizontal verbaut. Obwohl schon eine Abweichung von einem Zentimeter seiner Zeit mangels Werkzeug nicht messbar gewesen wäre. Wofür diese Präzision? Zwei Antworten liegen nahe. Hier die klassische. Der Einfallsreichtum, die Zielstrebigkeit wie die Intelligenz der ägyptischen Handwerker waren darauf gerichtet, die geometrische Perfektion der Architektenpläne umzusetzen. Denn hier ging es um ein Projekt im Reich der Götter. Von der Pyramide bis zur letzten Statue galt es, die kosmische Balance zu erhalten. An dieser Balance aktiv mitzuarbeiten, war der pflichtschuldigste Wunsch eines jeden Ägypters. Da keine Aufzeichnungen überliefert sind, glaubte man lange Zeit, die Ägypter hätten keine Mathematik entwickelt. Warum also die Chiobs-Pyramide entsprechend untersuchen? Dabei ist all das der Beweis perfekter Planung wie Ausführung. Und warum wurden gewaltige Granitblöcke aus 800 Kilometer Entfernung herangeschafft? Aus dem gleichen Grund, aus dem wir auch heute noch Granit einsetzen. Er ist über Äonen hinweg absolut formstabil. Aus den Maßen leiten sich Formeln ab. Und Formeln sind Ausdruck mathematischer Kenntnisse. Mein Informant ist sich sicher, die Pyramide fungiert als Zeitkapsel für dieses Wissen. Er zirkelt erneut, diesmal zwei Kreise. Der eine liegt genau innerhalb der Pyramidengrundfläche, der andere exakt außerhalb. Dann subtrahiert er den Umfang des Kleineren vom Größeren. Zeigen Sie das einem Physiker. Das sieht mir doch sehr nach der Lichtgeschwindigkeit aus. Tja. Oben die Lichtgeschwindigkeit, unten die Zahlen abgeleitet aus der Chiobs-Pyramide. Mehr sag ich nicht. Vielleicht erscheint diese detaillierte Beschäftigung mit der Chiobs-Pyramide bereits manchem wie eine Obsession. Aber wenn wir all das Wissen zusammenfügen, ergibt sich ein schlüssiges Bild. Und es gibt Forscher, die da nicht länger stillhalten wollen. Wenn man sich die Chiobs-Pyramide mit unverstelltem Blick ansieht und als Physiker gewohnt ist, zu messen und daraus Schlüsse zu ziehen, dann sind das enorm viele Zufälle. Und das bei einem so auffälligen Objekt. Das ist sehr verwirrt. Das ist sehr verwirrt. Natürlich können wir weiterhin alles als Zufall betrachten. Dass die Chiobs-Pyramide schlicht das Grab des Pharaos ist. Auch wenn ein Bau in 20 Jahren praktisch unmöglich war. Die Lichtsignale an der Tag- und Nachtgleiche? Zufall. Pi und die goldene Zahl als Konstante in so vielen Messungen? Zufall. Die Königselle? Zufällig so lang, wie sie nun mal ist. Und die Chiobs-Pyramide mit all ihren Referenzen an die Kreiszahl Pi und die goldene Zahl wurde zufällig gerade so gebaut. Und wenn sich ihre Maße in Metern auf jene außergewöhnlichen Zahlen zurückführen lassen? Zufall. Was ist mit der Tatsache, dass die ältesten Mauern massiver und perfekter sind als jüngere? Zufall. Dass nicht nur die Ägypter, sondern auch andere Völker Hieroglyphen hatten, Tote mumifizierten, Astronomie und Kalender entwickelten und nicht zuletzt ebenso erdbebensicher bauten? Alles Zufall. Und dann die heiligen Kultstätten weltweit, aufgereiht wie auf einer Pärtschnur? Zufall. Und auch, dass dieses Längenverhältnis auf der goldenen Zahl beruht? Zufall. Dass die doppelte Grundseite der Erdrotation entspricht? Zufall. Aber die Lichtgeschwindigkeit abgeleitet aus der Pyramidengrundfläche? Zufall. Vielleicht sollten wir die Bedeutung des Wortes Zufall neu überdenken. Vielleicht sagen wir angesichts dieser Fakten stattdessen in Zukunft einfach, Gott. Oder wir erlauben uns den Gedanken zuzulassen, dass derart viele Zufälle kein Zufall sein können. Dass die Geschichtsforschung etwas Entscheidendes übersehen hat, ohne dass wir die Mysterien der Vergangenheit nicht verstehen. Wer war in der Lage, ein derart komplexes Gefüge zu erschaffen? Die Ägypter? Schon den Erdumfang konnten sie nicht bestimmen, weil man dafür wissen muss, dass die Erde eine Kugel ist. Das aber lag jenseits ihrer Vorstellungskraft. Warum dann nicht eine weit ältere Zivilisation, die keinerlei Spuren hinterlassen hat? Mir scheint der Besuch von Außerirdischen da weit plausibler. Die Pyramiden im Land der Pharaonen geben dieser Vorstellung doch soliden Halt. Versuchen wir, solchen Sarkasmus mal hinter uns zu lassen. Spricht denn etwas gegen eine Vorgängerkultur? Wir wissen, welche Naturkatastrophen durch die Kontinentaldrift, Vulkane oder Meteoriteneinschläge möglich sind. Wir finden keine Spuren? Das widerlegt nicht, dass es eine unbekannte Hochkultur gab. Wenn das also möglich wäre und im Gegensatz dazu die herkömmlichen Theorien der Archäologen so viele Fragen offen lassen, warum verschließen wir uns dann dieser Möglichkeit? Weil es am Glauben all der Menschen kratzt, die meinen, sie hätten gar keinen Glauben. In diesem Film wurden Fakten genannt, die jeder Überprüfung standhalten. Würde unsere Zivilisation verschwinden, so würde manches die Jahrhunderte überdauern. Aber nicht die Jahrtausende. Nur Objekte von der Dimension der Pyramiden in Ägypten. Folgende These scheint plausibel. Die Erbauer kannten Gestalt und Größe der Erde. Sie entwarfen eine modellhafte Projektion davon in Form einer Pyramide, die alle Parameter enthielt. Entlang eines Äquators rund um die Erde errichteten sie nun Kultstätten. Sie kannten auch bereits die Lichtgeschwindigkeit. Nach vielen Jahren intensiver Beschäftigung mit der Materie erscheint ein Gedanke unausweichlich. Es gibt dafür einen Grund. Der Informant war bereits einen Schritt weiter. Es war tatsächlich so. 37 Jahre hatte sich mein Informant in alle Details hineingearbeitet. Es war Zeit, das Geheimnis zu lüften. Um zu verstehen, was die unbekannten Erbauer der Pyramiden bezweckten, gehen wir einen Schritt zurück. Am 2. März 1972 starten die USA die Raumsonde Pioneer 10. An Bord befindet sich eine kleine Platte mit diesen Zeichnungen. Sie enthalten die Information, dass wir Menschen zwei Geschlechter haben und wie groß wir im Vergleich zur Kapsel sind. Außerdem nennt die Plakette die Position der Erde im Sonnensystem, ihre Gestalt und viele weitere Informationen. Es sind Muster mit einer Botschaft. Und genau das haben die Erbauer der Pyramiden vor tausenden von Jahren offenbar auch im Sinn gehabt. Nur war ihre Botschaft nicht an ferne Welten gerichtet, sondern an die Bewohner der Erde. An uns. Bislang haben wir uns mit harten Fakten beschäftigt. Nun folgt die These, was all das bedeuten könnte. Angenommen, es war eine verschlüsselte Botschaft. Wer sich die Mühe macht, Bauwerke von dieser Größe zu errichten, damit das alles die Jahrtausende überdauert, muss es mit seiner Botschaft sehr ernst gemeint haben. Der Informant ist überzeugt, die Cheops-Pyramide zeigt die Tag- und Nachtgleiche an, damit unsere Aufmerksamkeit auf den planetaren, astronomischen Zyklus gerichtet wird. Jeder Stern am Firmament rückt alle 72 Jahre um einen Grad weiter. Nach 26.000 Jahren steht er wieder an der Ursprungsposition. 26.000 Jahre brauchen die Sterne für einen Orbit. Um die Erde präzise im Raum zu verorten, benutzen Astronomen die Stellung der Sterne, die als Tierkreiszeichen leicht wiederzuerkennen sind. Auch die Sterne, die die Sphinx genau im Blick hat, sind gewandert. Das Pyramidion vom Fuße der Roten Pyramide enthält dazu eine wichtige Erkenntnis. Sein Umfang war exakt zwölf Königsellen lang und die darin enthaltene Zahl Pi weist auf einen Kreis hin, den Tierkreis. Die Kanten der Pyramide zeigen auf die Tierkreiszeichen Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann. In der Welt der Antike wurde der Skorpion durch den Adler symbolisiert, der Wassermann durch den Engel. Unsere Kathedralen zeigen oft genau dieses Bild. Vier besonders helle Sterne gehören zu diesen Tierkreiszeichen. Früher nannte man sie auch die Vierwächter des Himmels. Es sind Aldebaran im Stier, Regulus im Löwen, Antares im Skorpion und Fommelhaut, der für heutige Astronomen zum Sternbild Fische gehört, früher aber als Teil des Wassermanns betrachtet wurde. Die Konstellation dieser Sterne bleibt unverändert und sie lassen sich daher als ewig gültige Referenzpunkte verwenden. Die Achse Stier Skorpion, entsprechend Stier Adler bei den Babyloniern, wurde als geflügelter Löwe dargestellt. Hier die Achse von Löwe und Wassermann, in der babylonischen Antike Löwe und Engel. Seine Darstellung finden wir vor Ort in Gizeh. Es ist die Sphinx, ein Löwe mit menschlichem Kopf. Folgen wir der These des Informanten, dann wurde die Sphinx, den Geologen zum Trotz, nach der Cheops-Pyramide gebaut und nicht etwa vor ihr. Das lässt sich aus der Geometrie der Objekte vor Ort ableiten. Verbinden wir die Spitze der Cheops-Pyramide mit der Spitze der kleinsten Pyramide und zeichnen wir daraus ein Dreieck, so läuft seine Kante direkt durch den Kopf der Sphinx. Abstrahieren wir die Grundfläche der Cheops-Pyramide und verschieben wir dieses Quadrat nach rechts, so läuft die rechte Seitenlinie wiederum durch den Kopf der Sphinx. Denken wir uns diese zwei Achsen und zeichnen wir mit deren Schnittpunkt als Mittelpunkt einen Kreis, dann treffen wir erneut den Kopf der Sphinx. Für den Informanten ist Gizeh schlicht eine astronomische Uhr, deren vier Referenzpunkte wie auf einem Zifferblatt die vier genannten Sterne sind. Als Zeiger fungiert die Blickrichtung der Sphinx. Sie betrachtet nach knapp 26.000 Jahren exakt wieder die ursprüngliche Himmelskonstellation. Doch welche Konstellation war die ursprüngliche? Der Informant deutet auf einen Felsvorsprung der Sphinx, den die Araber Al-Kalb al-Assad nennen das Herz des Löwen. Das aber ist zugleich der arabische Name des hellsten Sterns im Sternbild Löwe, Regulus. Seit jeher steht die Sphinx für das unergründliche Mysterium des Lebens. Ihr berühmtestes Rätsel lautet, es ist am Morgen vierfüßig, am Mittag zweifüßig, am Abend dreifüßig. Die richtige Antwort, der Mensch und sein unabwendbares Schicksal. Abu al-Hol lautet der arabische Name der Sphinx, Vater des Terrors. Das könnte auf die eigentliche Bedeutung der Sphinx hinweisen, wenn ihre Augen präzise auf den Stern Regulus blicken, also in Richtung der Löwe-Wassermann-Achse, dann startet ein neuer Zyklus der Weltenzeit. Zusammengefasst lautet die Theorie, die Anlage von Gizeh stellt eine gewaltige astronomische Uhr dar, deren Umlaufzeit 26.000 Jahre beträgt. Und diese Uhr arbeitet bis heute absolut perfekt. Plötzlich fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Die Pyramide verweist auf die Tag- und Nachtgleiche und die Geometrie der Anlage auf die Zukunft. Aber warum sollen wir auf den 26.000 Jahre dauernden Zyklus hingewiesen werden? Ein Spezialist für Klimageschichte gibt uns entscheidende Hinweise. Wir wissen heute, dass die Klimaschwankungen zwischen Warm- und Kaltzeiten mit der Position unseres Planeten auf der Erdbahn zusammenhängen. Die Erdbahn unseres Planeten, auch Orbit genannt, ist durch Zeit und Raum mit den Tierkreiszeichen korreliert, die wir am Himmel sehen können. Zwar wissen wir, dass Veränderungen des Klimas damit einhergehen, aber sind dies schleichende Veränderungen? Historische Mythen und Legenden kennen diese Zyklen offenbar sehr genau. Da gibt es die weitverbreitete Geschichte der Sintflut, aber auch alles zerstörende Feuersbrünste wie in der Bibel und in hinduistischen Puranas. Die alten Griechen berichteten von regelmäßig wiederkehrenden Weltuntergängen. Einer von ihnen präzisierte, alle 10.000 bis 12.000 Jahre. Das deckt sich mit dem Bericht Platos über Atlantis und seinen Untergang. Für Wissenschaftler nichts als ein Mythos. Aristoteles, der von vielen als glaubhafter eingeschätzt wird, erwähnt gewaltige weltweite Revolutionen. Ihre Vorzeichen stünden in den Sternen des Firmaments geschrieben. Die Maya wiederum prophezeiten, unsere Zeit, die fünfte Sonnenära, werde von der Ära des Wassers abgelöst. Regen und Wasserfluten zerstören die Menschheit und alles von ihr Geschaffene. Klingt wie die biblische Sintflut. Die fünfte Sonne, allumfasst die Erde, die Luft, das Feuer, das Wasser, jede Bewegung und das Leben. Aber sie wird verlöschen und ihr Ende wird von grauenhaften Erdbeben begleitet sein, auf das Kommando der Götter hin. Das hat nichts mit dem Verhalten der Menschen zu tun. Es ist einfach ein göttlicher Zyklus, der sich unaufhaltsam vollenden wird. Wir ignorieren den Wert solcher Prophezeiungen für unser alltägliches Leben. Dabei wird immer deutlicher, sie basieren auf Fakten. Wir kennen die verheerenden Tsunamis, die sich nach Beben in der Tiefsee bilden. Unerschöpfliche Wassermassen vernichten entlang der Küste einfach alles, was sich ihnen in den Weg stellt. So etwas haben die Menschen der vergangenen Jahrhunderte sicher erlebt. Und in der anschließenden religiösen Verklärung wurde daraus die Legende der Sintflut. Doch wann hat eigentlich der letzte Klimawandel stattgefunden, dessen Auswirkungen dramatischer Natur waren? Vor 10.000 bis 12.000 Jahren. Damals änderte sich das Klima in manchen Erdteilen radikal. Im Permafrost Sibiriens wurden Mammuts entdeckt, die wie Schock gefroren wirkten. Ihre Mägen waren, zum Erstaunen der Forscher, gefüllt mit Nahrung. Neben den Mammuts verschwanden noch viele andere Tierarten, ohne dass wir genau wissen, warum. Das Verschwinden vieler Arten ist sehr wahrscheinlich. Aber da sie nicht tiefgefroren überdauert haben, beschäftigt uns ihr Aussterben nicht. Wir haben dazu auch keine schlüssige These, weil es kaum relevante Untersuchungen gibt. Dafür wären Geld und Fachleute nötig. Doch solche Studien werden nicht als vorrangig eingestuft. Sobald genug Mittel für die Forschung bereitstehen, werden all diese Fragen Antworten finden. Arten sind spurlos verschwunden, Wälder verwandelten sich in Wüsten. Alte Texte sprechen von alles vernichtenden Kataklysmen, aber ohne Geld keine Forschung. Und ohne Forschung keine Antworten auf die naheliegendsten Fragen. Was nun? Wenn die Uhr von Gizeh den 26.000 Jahre dauernden kosmischen Zyklus anzeigt, wofür wurde diese Uhr letzten Endes geschaffen? Der Informant regte an, die Aufmerksamkeit auf den Nordpol zu richten. Der geografische Nordpol, nicht der magnetische, wäre der Oszillationspunkt der Tag- und Nachtgleiche, wäre der globale Ring der Kultstätten der Äquator. Der magnetische Nordpol ist als Referenz ungeeignet, da sich seine Position in nur einem Jahr um 40 Kilometer verschieben kann. Modernste Messinstrumente zeigen, dass sich dieses Phänomen verstärkt. Sehr beunruhend. Führt uns der 30-Grad-Winkel, den der Äquator der Kultstätten zu unserem heutigen Äquator einnimmt, auf die Spur zum magnetischen Nordpol? Das Erdmagnetfeld hat sich bereits mehrfach komplett umgepolt. Wir konnten etwa 100 solcher Polsprünge nachweisen. Wir wissen nicht, warum sich das Magnetfeld umkehrt. Manche vermuten, dies habe mit der Sonne zu tun, die ebenfalls von Zeit zu Zeit ihr Magnetfeld verändert. Doch bislang gilt, bei den Polsprüngen tappen wir weitgehend im Dunkeln. Um die Folgen eines solchen Vorgangs abzuschätzen, brauchten wir sicherlich Dutzende, wenn nicht Hunderte von Wissenschaftlern. Sie müssten sich zusammentun und alle gemeinsam intensiv Gedanken machen. Welche Folgen hat so eine Umpolung des Erdmagnetfeldes? Wir haben den prähistorischen Klimawandel analysiert. Wir wissen darum, dass der magnetische Nordpol immer heftiger oszilliert. Aber wir verschließen unsere Augen vor der Analyse. Eine denkbare Folge eines Polsprungs wäre der vollständige Zusammenbruch des Magnetfelds über Stunden oder auch Wochen. Vielleicht gäbe es Veränderungen in der Erdkruste. Zusammen mit unserer Atmosphäre schützt uns das Magnetfeld wie ein Schild gegen die Strahlung aus dem Weltraum. Ohne diesen Schutz würden wir verbrennen. Das entspricht genau den Berichten in alten Texten. Deren Warnungen decken sich plötzlich mit unseren neuesten Erkenntnissen. Wenn nun die Erbauer der Anlage in Gizeh darum wussten, dann ergeben auch die alten Texte plötzlich Sinn. Es sind keine Prophezeiungen, sondern wissenschaftliche Vorhersagen. In jeder alten Kultur hüteten die Priester das Wissen. Waren sie die Wächter von uralten Erkenntnissen, die nach dem Zusammenbruch einer alten Welt in die neue gerettet worden waren? Beauftragt, das Wissen zu bewahren? Was ist, wenn uns die Erbauer dieser gewaltigen Anlagen warnen wollten? Vor einem zyklisch vorhersehbaren Ereignis, das ihre Zivilisation derart vollständig ausgelöscht hat, dass heute, tausende von Jahren später, nichts mehr an sie erinnert. Was ist mit ihnen geschehen? Vielleicht wird nun verständlich, warum es nötig war, alle Fakten gewissenhaft zusammenzutragen, ohne gleich die These dieses Films zu enthüllen. Es hat offenbar eine Zivilisation auf unserem Planeten gegeben, die all ihre Kraft darauf verwendet hat, kommende Zeiten vor der Katastrophe zu warnen. Diese Erkenntnis ist alles andere als angenehm. Und uns läuft bereits die Zeit davon. Wird man den Forschern endlich das nötige Geld geben, um den Ausweg zu finden? Gegner dieser These gibt es zuhauf. Es dürfte kein Zweifel daran bestehen, dass sie diesen Film genüsslich zerpflücken werden. Bis man am Ende alles aus dem Zusammenhang reißt und durch den Dreck des Trivialen zieht. Manche werden wohl auch die hier zu Wort bekommenen Forscher attackieren. Aber es zählen allein die Fakten. Der Informant lädt jeden ein, die umfangreichen Erkenntnisse zu überprüfen. Dass der von dieser unbekannten Zivilisation angekündigte Wandel unseres Weltklimas bevorsteht. Diese Nachricht kann einem Angst machen, aber die Faktenlage ist klar. Also sollten wir alles tun, uns der enormen Herausforderung endlich zu stellen. Wenn diese unbekannten Urahnen alles getan haben, uns zu warnen, dann gibt es zweifellos irgendein Schlupfloch, durch das wir entkommen können. ... ernehmen kann, während die Höhe die längste vertikale Strecke darstellt. In der Cheops-Pyramide wurde nichts dem Zufall überlassen. Die Höhe geteilt durch zwei ergibt die Höhe, in der sich das oberste Kraggewölbe der Königskammer befindet. Die Höhe durch drei zeigt die Decke der Königskammer an. Die Höhe durch vier verweist auf das Kraggewölbe der Königinnenkammer. Die Höhe durch fünf zeigt die tiefste Stelle in der Felsenkammer an. Und die Höhe durch sieben den Boden der Königinnenkammer. Damit nicht genug, die Größe der von außen sichtbaren Flächen geteilt durch die vom Betrachter nicht sichtbare Grundfläche, ergibt die berühmte goldene Zahl Phi. Auf der goldenen Zahl Phi basiert der goldene Schnitt. Inbegriff von Harmonie und Ästhetik. Die goldene Zahl ist irrational, lässt sich also nicht als Bruch darstellen. Dafür erfüllt sie folgende einzigartige Gleichungen. Die goldene Zahl addiert mit 1, ergibt das Quadrat der goldenen Zahl. Substrahiert man von der goldenen Zahl 1, erhält man ihren Kehrwert. Die goldene Zahl erscheint bei astronomischen Berechnungen, bei Mineralien, natürlich existierenden Winkeln, in Pflanzen und Tieren. Und sogar als Konstante des menschlichen Körpers. Das zu demonstrieren gelang Leonardo da Vinci. Die goldene Zahl gehört zur Kunst wie auch zum täglichen Leben, selbst wenn wir sie nicht wahrnehmen. Die goldene Zahl ist eine Konstante unseres Universums. Auch in der Cheops-Pyramide lässt sie sich noch an anderer Stelle finden. Teilt man die doppelte Grundseite durch die absolute Höhe, erhält man das Quadrat der goldenen Zahl. Also, die doppelte Grundseite geteilt durch die sichtbare Höhe ergibt Pi. Und die doppelte Grundseite geteilt durch die absolute Höhe von Felsenkammer bis Pyramidenspitze ergibt das Quadrat der goldenen Zahl. Gibt es eine Erklärung? Die Forschung verweist darauf, dass das Maß der Pyramide seinerzeit in ägyptischen Königsellen gemessen wurde. Die Grundseite betrug 440 Königsellen, die Höhe 280 Königsellen. Doch woher wissen die Archäologen so genau, wie lang eine Königselle war? Der Ursprung der Maßeinheit ist unbekannt und es gibt zwar Maßstücke aus Holz und Stein, doch die sind unterschiedlich lang. Deshalb haben Fachleute sie von den Dimensionen der Cheops-Pyramide abgeleitet und 1925 auf exakt 0,5236 Meter festgelegt. Das klingt zunächst nach Präzision. Aber kann man eine Zahl bis auf den Zehntel Millimeter von einem Gebäude ableiten, das so gewaltig wie die Cheops-Pyramide ist? Das ist, als würde man den Inhalt eines Pools mit einem Messbecher berechnen wollen. Erstaunlicherweise kamen alle bedeutenden Experten später auf eben diese Zahl. Loire, ein französischer Ägyptologe, berechnete sie als 0,5235 Meter. Ebenso der griechische Astronom Antoniadi. Auch Kerizel, ein Ingenieur, der zum Ägyptologen wurde, errechnete 0,5236 Meter. Bei der Cheops-Pyramide lässt sich anhand der genauen Bauausführung überfordert. Dabei hat die Cheops-Pyramide mindestens drei schwere Erdbeben überstanden. Das letzte im 13. Jahrhundert. Dennoch. Alles ist an seinem Platz. Es gibt auch im Innern keine Zerstörungen. Punkt 5. Die Pyramide wurde exakt in Nord-Süd-Richtung erbaut. Die Abweichung beträgt 0,525 Grad. Es ist nicht lange her, dass diese Präzision im Bau wieder erreicht wurde. Noch im 17. Jahrhundert lag die Abweichung selbst bei außergewöhnlichen Gebäuden fünfmal so hoch. Punkt 6. Nur selten wird erwähnt, dass die Cheops-Pyramide nicht vier, sondern genauer acht Seiten hat. Denn ihre vier Flächen sind leicht gewinkelt. Das hat ihren Bau noch weit schwieriger gemacht. Wollte man so ein achtflächiges Gebäude heutzutage mit einer Präzision im Zentimeter- oder Millimeterbereich errichten, so wäre das extrem schwierig. Obwohl wir über genaue Mess- und Kontrollinstrumente verfügen, auch mit heutigen Mitteln wäre ein Bau von so monumentalen Ausmaßen eine nur schwer zu meisternde Herausforderung. Punkt 7. Die Cheops-Pyramide soll in nur 20 Jahren erbaut worden sein. Dazu ein Rechenexempel. Selbst bei 12-Stunden-Schichten an 365 Tagen im Jahr müsste man etwa alle zwei Minuten einen Steinquader in Position bringen und einbauen. Punkt 8. Die Pyramide wurde zu einer Zeit errichtet, als man in Ägypten weder das Rad noch Eisen oder Stahl kannte. Man besaß Meißel aus Bronze, Steinwerkzeuge, Hanfseile und viele gute Ideen. So entstand das letzte noch existierende der sieben antiken Welthunder. Vor 4600 Jahren also, als die meisten Menschen fellbehängt irgendwie ihr Leben meisterten, wurde in Gizeh diese Pyramide errichtet. Dafür wurde ein Felshügel abgetragen. Eine Fläche von mehr als sechs Fußballfeldern wurde mit Steinblöcken ausgelegt. 2,3 Millionen Steinquader mit einem Gewicht von gut 6,2 Millionen Tonnen wurden verbaut, zu einem Bauwerk von 146 Metern Höhe. Ein schmaler, 100 Meter langer Gang wurde schnurgerade in den Felsuntergrund getrieben. 130 Granitquader wurden bis in 70 Meter Höhe verbaut, mit millimetergenauer Präzision. Die Pyramide hatte acht Seiten statt vier. Sie hat schweren Erdbeben getrotzt. Die Genauigkeit beim Bau ist bis heute unübertroffen. Die Pyramide ist exakt ausgerichtet und das alles gebaute nur 20 Jahre. Und zwar damit. Das ist nicht nur beeindruckend, es erscheint gar nicht mehr als ein Granititambo. Auch hier wieder das gleiche Bild. Die ältesten Mauern sind die massivsten. Aus Steinen, die völlig unregelmäßig geformt sind und dennoch perfekt passen. Heutzutage ist es überhaupt kein Problem, Objekte mit 10 Tonnen Gewicht bis zu 100 Meter hoch zu hieven. Aber dafür braucht man modernste Kräne. Wir heute können das, aber vor 500 Jahren wäre es unmöglich gewesen. Und wir reden über die alten Ägypter. Das Kronjuwel der Inka-Städte liegt hoch in den Bergen. Machu Picchu. Wer Machu Picchu besucht, spürt förmlich, wie fortschrittlich die Kulturen der Anden waren. Allerdings muss man wissen, die Menschen unten im Tal von Cusco ahnten nichts von der Existenz Machu Picchus. Hier wurde das Wissen der Inka an folgende Generationen weitergegeben. Und erneut zeigt sich, die ältesten Bauten sind aus den massivsten Elementen konstruiert worden. Mit perfekter Passgenauigkeit. Dann eine Überraschung. Diese Wand gleicht der, die man noch heute in Gizeh bestaunen kann. Gebaut mit der gleichen Fügetechnik. Es ist Zeit, die Fakten zusammenzufassen. Überall stehen diese Zyklopenmauern aus gewaltigen, unregelmäßig geformten Steinblöcken. Oft nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet. Doch nirgendwo ein Hinweis auf die Konstruktionsmittel. Und das ist noch nicht alles. Die Biber mögen in aller Welt die gleichen Dämme bauen. Aber sie richten sie nicht nach einer Linie aus. Über Zehntausende von Kilometern. Würde man die Sache mit den Augen von Charles Darwin betrachten, gäbe es zwei Lösungen. Entweder wir haben es mit einer Entwicklungslinie zu tun. Das bedeutet, diese Menschen wussten alle voneinander. Auch wenn sie durch tausende von Kilometern voneinander getrennt waren. Oder wir haben es mit vier völlig eigenständigen Entwicklungslinien zu tun. Homo sapiens bleibt Homo sapiens ganz gleich wo auf der Welt. Bestimmte Probleme werden auf bestimmte Arten von ihm gelöst. Dass man bei vier Entwicklungslinien zum gleichen Ergebnis kommt, erscheint mir unglaubwürdig. Dass die Inka in Ägypten waren, ist ebenso unwahrscheinlich. Wenn sie aber nicht in Kontakt standen, wie konnten sie dann ihre Kultstätten so präzise aneinander ausrichten? Mit einem Winkel von 30 Grad zum Äquator? Antworten finden sich vielleicht in Mexiko. Die Legende berichtet, die Götter trafen sich in Teotihuacan, um die fünfte Sonne zu erschaffen. Wie in Gizeh stehen hier zwei große. Es gibt nirgendwo Aufzeichnungen, die den Bau der Monumente darstellen. Da stellt sich unwillkürlich die Frage, wurden diese Großbauten tatsächlich von den Menschen dieser Völker errichtet? Wir können nicht ausschließen, dass diese perfekt gebauten Pyramiden von den Ägyptern nur übernommen wurden. Ich sage das als Wissenschaftler höchst ungern. Woher stammt das Wissen, wie man erdbebensichere Mauern baut? Wir haben gelernt, Schockwellen mit Dynamit zu erzeugen, um so etwas zu prüfen. Aber ohne solche Prüftechniken? Wie sollen wir diese Erdpyramiden erkunden, wenn wir sie mit Bäumen bepflanzen? Sie könnten bald schon so aussehen. Und wer wird dann auch wissen, dass sich darunter eine Pyramide verbirgt? Wir treten die Zeugnisse der Vergangenheit leichtfertig mit Füßen. Die Menschheit hat bislang kein Material, keine Bautechnik entwickelt, die derart unverwüstlich ist. Wir haben es nicht hinbekommen. Jeder, der sich mit diesen Fakten ernsthaft auseinandersetzt, kommt irgendwann zu der Erkenntnis, neben den offiziellen Theorien gibt es eine ganze Welt von Ideen und Fakten, die nicht ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden. Denn jeder Archäologe, der den ausgetretenen Pfad verlässt, wird keine Forschungsgelder mehr erhalten. Viele bedeutende Orte sind nur unzureichend erkundet worden. Aber wenn die Archäologie eine perfekte Wissenschaft wäre, gäbe es diesen Film wohl auch nicht. Solange wir steinerne Monumente nicht datieren können, haben wir keinerlei Gewissheit. Doch Wissenschaftler zeigen sich gegenüber alternativen Theorien wenig aufgeschlossen. Ist das noch Wissenschaft oder schon Glaube? Wir sollten noch einmal ganz von vorn anfangen. Die Osterinsel, Paracas, Nazca, Cusco, Saxihuahman, Ochiantetambo, Machu Picchu und Gizeh liegen alle auf einer Linie. Teotihuacan, Gizeh und Shenzi ebenso. Und das Zentrum bildet Gizeh. In Gizeh liegt offenbar ein Geheimnis verborgen. Irgendwann kommt der Punkt, an dem sich die vielen einzelnen Informationen von ihren althergebrachten Deutungsmustern lösen. So wie das Bildnis von Ramses nicht nur ein Gesicht, sondern auch eine geometrische Figur darstellt. Man wird endlich offener für die Theorien und Thesen andersdenkender. Man sucht ihren Kontakt und lernt von ihnen all die gemeinhin unterdrückten Details. Wer eine bestimmte Logik der Proportionen darin sucht, wird sie finden. Die einen halten alles für einen erstaunlichen Zufall. Die anderen wähnen die Hand Gottes im Spiel. Dabei geht es um harte Fakten. Und Fakten, so schrieb es Aldous Huxley, verschwinden nicht, nur wenn man sie ignoriert. Alles spricht gegen eine Vergangenheit, so wie wir sie zu kennen glauben. Um die Gedanken wieder auf ein Ziel zu lenken, analysieren wir erneut die Königskammer. Jeder Steinblock kam aus einer Entfernung von 800 Kilometern. Bei einem Gewicht vergleichbar dem von 40 Autos. Diese Blöcke wurden auf den Zehntelmillimeter präzise vertikal wie horizontal verbaut. Obwohl schon eine Abweichung von einem Zentimeter seinerzeit mangels Werkzeug nicht messbar gewesen wäre. Wofür diese Präzision? Zwei Antworten liegen nahe. Hier die klassische. Der Einfallsreichtum, die Zielstrebigkeit wie die Intelligenz der ägyptischen Handwerker waren darauf gerichtet, die geometrische Perfektion der Architektenpläne umzusetzen. Denn hier ging es um ein Projekt im Reich der Götter. Von der Pyramide bis zur letzten Statue galt es, die kosmische Balance zu erhalten. An dieser Balance aktiv mitzuarbeiten, war der pflichtschuldigste Wunsch eines jeden Ägypters. Da keine Aufzeichnungen überliefert sind, glaubte man lange Zeit, die Ägypter hätten keine Mathematik entwickelt. Warum also die Chiobs-Pyramide entsprechend untersuchen? Dabei ist all das der Beweis perfekter Planung wie Ausführung. Und warum wurden gewaltige Granitblöcke aus 800 Kilometer Entfernung herangeschafft? Aus dem gleichen Grund, aus dem wir auch heute noch Granit einsetzen. Er ist über Äonen hinweg absolut formstabil. Aus den Maßen leiten sich Formeln ab. Und Formeln sind Ausdruck mathematischer Kenntnisse. Mein Informant ist sich sicher, die Pyramide fungiert als Zeitkapsel für dieses Wissen. Er zirkelt erneut, diesmal zwei Kreise. Der eine liegt genau innerhalb der Pyramidengrundfläche, der andere exakt außerhalb. Dann subtrahiert er den Umfang des Kleineren vom Größeren. Zeigen Sie das einem Physiker. Das sieht mir doch sehr nach der Lichtgeschwindigkeit aus. Tja. Oben die Lichtgeschwindigkeit, unten die Zahlen abgeleitet aus der Chiobs-Pyramide. Mehr sag ich nicht. Vielleicht erscheint diese detaillierte Beschäftigung mit der Chiobs-Pyramide bereits manchem wie eine Obsession. Aber wenn wir all das Wissen zusammenfügen, ergibt sich ein schlüssiges Bild. Und es gibt Forscher, die da nicht länger stillhalten wollen. Wenn man sich die Chiobs-Pyramide mit unverstelltem Blick ansieht und als Physiker gewohnt ist, zu messen und daraus Schlüsse zu ziehen, dann sind das enorm viele Zufälle. Und das bei einem so auffälligen Objekt. Das ist sehr verwirrt. Die Chiobs-Pyramide in Gizeh. Bereits die generellen Größenverhältnisse wirken nahezu magisch. Doch die Messungen in Metern ergeben endgültig ein verblüffend überzeugendes Bild. Doch der Informant hat einen Warnhinweis. Die Erbauer konnten das metrische System unmöglich kennen. Abgeleitet wurde der Urmeter aus der Entfernung vom Nordpol zum Äquator. Er wurde 1793 für verbindlich erklärt. Auf Vorschlag des Bischofs Teleron. Doch woher kommt unser Meter tatsächlich? Wurde es etwa jahrhundertelang im Geheimen weitergereicht? Haben nur die Mitglieder verschworener Bruderschaften von diesem Mars gewusst? Oder gibt es eine andere, einfache Erklärung? Wieder war so ein Punkt erreicht, an dem alle Fakten sich von ihren ursprünglichen Bezügen lösen. Der mathematisch versierte Informant war mit seinen Berechnungen noch längst nicht am Ende. Doch diesmal war endlich ein Ziel in Sicht. Ausgangspunkt war das Pyramideon. Es war nicht nur exakt einen Meter hoch. Addiert man zweimal die Grundseite von 1,57 Meter, erhält man wiederum 3,14, also Pi. Warum nur war niemand vorher auf diese Idee gekommen? Das Pyramideon war nichts anderes als das Urmeter der alten Ägypter für den Bau der Pyramide. Selbst seinem Entdecker war dies offenkundig entgangen. Vermutlich war dieses Pyramideon das fehlende Pyramideon der Cheops-Pyramide. Aber warum lag es dann 20 Kilometer entfernt am Fuß einer anderen Pyramide? Der Informant brachte wieder seinen Zirkel zum Einsatz. Wenn man dem Kreisdurchmesser den Wert 1 zuordnet, ohne jede Einheit, erhält man alle Verhältnisse so, als wenn es sich um genau einen Meter handeln würde. Aber nur, wenn man ihm den Wert 1 Meter zuordnet, kommt man auf die exakten Maße der Königselle. Offenbar kannten die Ägypter das metrische System. Lange vor uns. Eine abschließende Gleichung macht das Ergebnis praktisch unwiderlegbar. Da fragt man sich einfach, kann so eine komplexe Gleichung mit zwei herausragenden Zahlen wie der Kreiszahl und der goldenen Zahl genau die Länge der Königselle zum Ergebnis haben? Genug Mathematik. Der Informant entfaltete bereits eine Karte. Die Linie, die die Osterinsel mit Gizeh verbindet, ist Teil eines erdumspannenden Kreises von 40.000 Kilometern Länge. Der Länge des Äquators. Tatsächlich gibt es keinerlei Verbindung zwischen zwei Orten, ob sie nun Nachbarn sind oder weit entfernt, wenn zwischen den Kulturen derart viel Zeit liegt. Nichts verbindet die Osterinsel mit den ägyptischen Pyramiden. Auf einer etwa 100 Kilometer breiten Bahn verbindet diese weltumspannende Perlschnur bedeutende Kulturstätten. Verbinden wir die Spitze der Cheops-Pyramide mit der Spitze der kleinsten Pyramide und zeichnen wir daraus ein Dreieck, so läuft seine Kante direkt durch den Kopf der Sphinx. Abstrahieren wir die Grundfläche der Cheops-Pyramide und verschieben wir dieses Quadrat nach rechts, so läuft die rechte Seitenlinie wiederum durch den Kopf der Sphinx. Denken wir uns diese zwei Achsen und zeichnen wir mit deren Schnittpunkt als Mittelpunkt einen Kreis, dann treffen wir erneut den Kopf der Sphinx. Für den Informanten ist Gizeh schlicht eine astronomische Uhr, deren vier Referenzpunkte wie auf einem Zifferblatt die vier genannten Sterne sind. Als Zeiger fungiert die Blickrichtung der Sphinx. Sie betrachtet nach knapp 26.000 Jahren exakt wieder die ursprüngliche Himmelskonstellation. Doch welche Konstellation war die ursprüngliche? Der Informant deutet auf einen Felsvorsprung der Sphinx, den die Araber Al-Kalb al-Assad nennen das Herz des Löwen. Das aber ist zugleich der arabische Name des hellsten Sterns im Sternbild Löwe. Regulus. Seit jeher steht die Sphinx für das unergründliche Mysterium des Lebens. Ihr berühmtestes Rätsel lautet, es ist am Morgen vierfüßig, am Mittag zweifüßig, am Abend dreifüßig. Die richtige Antwort, der Mensch und sein unabwendbares Schicksal. Abu al-Hol lautet der arabische Name des Sphinx, Vater des Terrors. Das könnte auf die eigentliche Bedeutung des Sphinx hinweisen, wenn ihre Augen präzise auf den Stern Regulus blicken, also in Richtung der Löwe-Wassermann-Achse, dann startet ein neuer Zyklus der Weltenzeit. Zusammengefasst lautet die Theorie, die Anlage von Gizeh stellt eine gewaltige astronomische Uhr dar, deren Umlaufzeit 26.000 Jahre beträgt. Und diese Uhr arbeitet bis heute absolut perfekt. Plötzlich fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Die Pyramide verweist auf die Tag- und Nachtgleiche und die Geometrie der Anlage auf die Zukunft. Aber warum sollen wir auf den 26.000 Jahre dauernden Zyklus hingewiesen werden? Ein Spezialist für Klimageschichte gibt uns entscheidende Hinweise. Wir wissen heute, dass die Klimaschwankungen zwischen Warm- und Kaltzeiten mit der Position unseres Planeten auf der Erdbahn zusammenhängen. Die Erdbahn unseres Planeten, auch Orbit genannt, ist durch Zeit und Raum mit den Tierkreiszeichen korreliert, die wir am Himmel sehen können. Zwar wissen wir, dass Veränderungen des Klimas damit einhergehen, aber sind dies schleichende Veränderungen? Historische Mythen und Legenden kennen diese Zyklen offenbar sehr genau. Da gibt es die weitverbreitete Geschichte der Sintflut, aber auch alles zerstörende Feuersbrünste wie in der Bibel und in Hindu Architekten eingeben und das Phänomen am Computer simulieren. Bereits zu Zeiten Pochance gab es Experten, die zu Bedenkengaben der Cheops-Pyramide fehle die äußere Hülle aus Kalkstamm. Außerdem könne man bei der benachbarten Chefrin-Pyramide sehen, dass die Seiten ursprünglich eben waren. Der Knick in den Seitenflächen der Cheops-Pyramide sei nicht gewollt gewesen. Das war keine Absicht, sondern die Folge eines minimalen Konstruktionsfehlers. Beim Bau der Pyramide hätten sich also die Seiten ein wenig nach innen geneigt. Doch dieser Fehler sei anschließend durch die Verblendung mit Kalksteinplatten ausgeglichen worden. Erst als sie verloren ging, war der Knick wieder sichtbar. Was sagt ein Statiker dazu? Für mich ist es unvorstellbar, dass eine Seite einknickt und die benachbarte Seite im rechten Winkel genauso. Bis am Ende alle vier Seiten so aussehen. Zwei eingeknickte Seiten ja, aber nicht vier. Wenn das passiert wäre, hätte die Struktur insgesamt nicht mehr standgehalten. Und wir würden im Gebäude Risse sehen. Das war Absicht. Der Architekt wollte das so. Doch nach wie vor wird die These vertreten, dieser Knick sei später entstanden. Als Beleg dient diese Reihe Steine an der nördlichen Grundseite. Sie sind schnurgerade. Doch ganz offenkundig gehören die Steine gar nicht hierher. Verlängert man ihre Kante, stößt man im falschen Winkel auf die Steine darüber. Wenn wir nun jenen Experten Glauben schenken, die meinen, der Knick sei gewollt gewesen, kommen wir zu dem Schluss, an Tagen der Tag- und Nachtgleiche sollte die Pyramide ein charakteristisches Lichtsignal senden. Damit stellen wir uns gegen die herrschende Meinung der Ägyptologen. Und tatsächlich erscheint es fast unvorstellbar, dass die alten Ägypter mit ihren einfachen Werkzeugen so eine komplizierte Struktur am dafür perfekten Ort errichten konnten. Da stellt sich die Frage, hatten sie wirklich nur so einfache Werkzeuge? Direkt an der Cheops-Pyramide erstreckt sich ein dunkles Felsplateau, das von Touristen gern als Picknickplätzchen genutzt wird. Wer dort allerdings die Kamera zückt, bekommt Besuch von den Sicherheitskräften. Betrachtet man die Steine genau, fallen einem polierte Bereiche auf. Auch Rillen, Schnitte und Kerben. Wenn man diese Bilder im Kopf behält, erinnert man sich daran, wenn man Steine sieht, die mit modernen Maschinen bearbeitet worden sind. Gut 4500 Jahre trennen diese Artefakte, aber sie ähneln sich verblüffend. An anderen Stellen altergiptischer Bauwerke gibt es diese Rätsel. Wenn also die goldene Zahl eine Rolle spielte, dann findet sie sich deshalb überall wieder. Solche Berechnungen liefern einem vielleicht auch bei einem Küchenscheme, der perfekt entworfen wurde, überraschende Ergebnisse bei den Proportionen. Nur bitte interpretieren Sie in diese arithmetischen und geometrischen Werte kein Geheimnis hinein. Wie gehabt, alles bloß Zufall. Es ist höchst unwahrscheinlich, nach allen Berechnungen, dass die alten Ägypter die Zahl Pi gekannt haben. Auch der goldene Schnitt ist eine ungefähre Einheit in den Pyramiden und in den Pyramidentempeln. Es ist nie erwähnt in den ägyptischen Berechnungen und daher unwahrscheinlich. Den Ägyptern höchste mathematische Kenntnisse zuzutrauen, scheint unter Ägyptologen so etwas wie ein Tabu zu sein. Steinzeit-Werkzeuge bedeuten für sie Steinzeit-Denken. Wann immer Berechnungen erstaunliche Ergebnisse zeugen, werden sie als lustiger Zufall abgetan. Was sagt denn nun ein Mathematiker wie Claude Gensling zu den Befunden? Die Trefferquote ist so hoch, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zufalls infinitesimal gegen Null geht. Selbst für einen gestandenen Mathematiker, der mit Wahrscheinlichkeiten umgehen kann, erscheint es wohl begründet, dass die Ausmaße der Pyramide genauso gewählt wurden, weil sie die goldene Zahl repräsentieren. Jean Leclan hat diese Erkenntnisse bereits in die wissenschaftliche Diskussion getragen. Aber warum daraus ein Geheimnis machen? Ich frage meinen Informanten. Vielleicht war es kein Geheimnis, sondern einfach höhere Geometrie. Die Sprache von Mathematikern ist nicht für jeden verständlich. Je mehr Zeit man mit Architekten verbringt, desto offensichtlicher wird Folgendes. Auch in der europäischen Architektur wurde, wie beim Parthenon von Athen, vieles auf Basis der goldenen Zahl gestaltet. Wir sprechen noch heute vom goldenen Schnitt, nach dessen Leitbild in den vergangenen 250 Jahren rund 200 Kathedralen gebaut wurden. Doch kein Bauplan verweist explizit auf diesen Umstand. Und gerade bei den Kathedralen gibt es noch mehr zu entdecken. So zeigt dieser Kreis präzise die Position der Sonne, hoch über dem Horizont beim Parthenon von Athen, vieles auf Basis der goldenen Zahl gestaltet. Wir sprechen noch heute vom goldenen Schnitt, nach dessen Leitbild in den vergangenen 250 Jahren rund 200 Kathedralen gebaut wurden. Doch kein Bauplan verweist explizit auf diesen Umstand. Und gerade bei den Kathedralen gibt es noch mehr zu entdecken. So zeigt dieser Kreis präzise die Position der Sonne, hoch über dem Horizont, an den Tagen der Tag- und Nachtgleiche. Wie die Moais verweisen also auch unsere Kathedralen auf astronomische Phänomene. Ein weiterer Architekt demonstriert, dass sich die Maße der Cheops-Pyramide auch in der Fassade des Straßburger Münsters entdecken lassen. Obwohl zur Zeit, als die Kirche gebaut wurde, die Cheops-Pyramide zu Teilen im Wüstensand steckte, ihre Größe für einen Betrachter also gar nicht erkennbar war. Also kannten auch die Erbauer der Kathedralen die goldene Zahl. Aber woher? Wir sollten davon nicht so überrascht sein. Geometrie und Arithmetik wurden in mittelalterlichen Kathedralen angewandt, mit dem Wissen, dass Kreuzfahrer von ihren Kontakten mitgebracht hatten. Verblüffend. Zwischen dem Bau der Kathedralen und dem der Pyramiden liegen fast 4000 Jahre. Wie wurde das Wissen um den goldenen Schnitt über diesen langen Zeitraum von der Öffentlichkeit unbemerkt weitergegeben? Vor dem Louvre steht die gläserne Pyramide des Architekten Yung Ming Pei. Es war nicht leicht, einen Interview-Termin zu bekommen. Aber endlich fand er die Zeit, sich all den Fragen zu seinem Nachbau der Cheops-Pyramide zu stellen. Warum verweisen Sie unablässig auf die Cheops-Pyramide? Die unterscheidet sich stark von meiner. Das Gefühl für die richtigen Proportionen, etwa, ja, das ist die richtige Höhe, das trägt man einfach in sich. Ich verwende keine mathematischen Formeln mehr. Unglaublich. War der berühmte Architekt wirklich nur dank seines Gefühls auf die gleichen Proportionen gekommen? Die Proportionen meiner Glaspyramide und der Pyramide in Gizeh ähneln sich sehr. Warum? Der goldene Schnitt, den man damals erfand, ist bis heute mein Maßstab. Ich habe viele Formen, viele Bauhöhen ausprobiert. Aber am Ende bewährte sich der goldene Schnitt der Ägypter. Erstaunlich, oder? Er hatte beim Betrachten der Cheops-Pyramide ein Gefühl für die goldene Zahl bekommen und verstand es, sie in seinen Entwurf zu übertragen. Leider erinnerte ihn ein Mitarbeiter an einen Arzttermin und er beendete das Interview, bevor es richtig angefangen hatte. Das waren neue Erkenntnisse und doch führten sich scheinbar nirgends an ein Ziel. Wir bauen noch heute Pyramiden, ohne genau zu wissen, was wir tun? War das wirklich die ganze Wahrheit? Es war der mathematisch versierte Informant, der den weiteren Weg ausleuchtete. ...krutiert aus dem Wert, den die Erdrehung unseres Planeten hat. Und diese Fülle an Daten ist in nur einem Objekt der Cheops-Pyramide versammelt. Man hört schon die Kritiker mit ihrem Küchenstuhlargument murmeln oder noch schlimmer das Zahnbürstenbeispiel zitieren. Man kann sich jedes Objekt vornehmen, ob das eine Zahnbürste ist oder eine Dampflokomotive. Wer eine bestimmte Logik der Proportionen darin sucht, wird sie finden. Die einen halten alles für einen erstaunlichen Zufall. Die anderen wähnen die Hand Gottes im Spiel. Dabei geht es um harte Fakten. Und Fakten, so schrieb es Aldous Huxley, verschwinden nicht, nur wenn man sie ignoriert. Alles spricht gegen eine Vergangenheit, so wie wir sie zu kennen glauben. Um die Gedanken wieder auf ein Ziel zu lenken, analysieren wir erneut die Königskammer. Jeder Steinblock kam aus einer Entfernung von 800 Kilometern, bei einem Gewicht vergleichbar dem von 40 Autos. Diese Blöcke wurden auf den Zehntelmillimeter präzise, vertikal wie horizontal verbaut. Obwohl schon eine Abweichung von einem Zentimeter seinerzeit mangels Werkzeug nicht messbar gewesen wäre. Wofür diese Präzision? Zwei Antworten liegen nahe. Hier die klassische. Der Einfallsreichtum, die Zielstrebigkeit wie die Intelligenz der ägyptischen Handwerker waren darauf gerichtet, die geometrische Perfektion der Architektenpläne umzusetzen. Denn hier ging es um ein Projekt im Reich der Götter. Von der Pyramide bis zur letzten Statue galt es, die kosmische Balance zu erhalten. An dieser Balance aktiv mitzuarbeiten war der pflichtschuldigste Wunsch eines jeden Ägypters. Da keine Aufzeichnungen überliefert sind, glaubte man lange Zeit, die Ägypter hätten keine Mathematik entwickelt. Warum also die Chiobs-Pyramide entsprechend untersuchen? Dabei ist all das der Beweis perfekter Planung wie Ausführung. Und warum wurden gewaltige Granitblöcke aus 800 Kilometer Entfernung herangeschafft? Aus dem gleichen Grund, aus dem wir auch heute noch Granit einsetzen, er ist über Äonen hinweg absolut formstabil. Aus den Maßen leiten sich Formeln ab. Und Formeln sind Ausdruck mathematischer Kenntnisse. Mein Informant ist sich sicher, die Pyramide fungiert als Zeitkapsel für dieses Wissen. Er zirkelt erneut, diesmal zwei Kreise. Der eine liegt genau innerhalb der Pyramidengrundfläche, der andere exakt außerhalb. Dann subtrahiert er den Umfang des Kleineren vom Größeren. Zeigen Sie das einem Physiker. Das sieht mir doch sehr nach der Lichtgeschwindigkeit aus. Tja. Oben die Lichtgeschwindigkeit, unten die Zahlen, abgeleitet aus der Chiobs-Pyramide. Mehr sag ich nicht. Vielleicht erscheint diese detaillierte Beschäftigung mit der Chiobs-Pyramide bereits manchem wie eine Obsession. Aber wenn wir all das... ...planierten hat. Und diese Fülle an Daten ist in nur einem Objekt der Chiobs-Pyramide versammelt. Man hört schon die Kritiker mit ihrem Küchenstuhlargument murmeln oder noch schlimmer, das Zahnbürstenbeispiel zitieren. Man kann sich jedes Objekt vornehmen. Ob das eine Zahnbürste ist oder eine Dampflokomotive. Wer eine bestimmte Logik der Proportionen darin sucht, wird sie finden. Die einen halten alles für einen erstaunlichen Zufall. Die anderen wähnen die Hand Gottes im Spiel. Dabei geht es um harte Fakten. Und Fakten, so schrieb es Aldous Huxley, verschwinden nicht, nur wenn man sie ignoriert. Alles spricht gegen eine Vergangenheit, so wie wir sie zu kennen glauben. Um die Gedanken wieder auf ein Ziel zu lenken, analysieren wir erneut die Königskammer. Jeder Steinblock kam aus einer Entfernung von 800 Kilometern. Bei einem Gewicht vergleichbar dem von 40 Autos. Diese Blöcke wurden auf den Zehntel Millimeter präzise, vertikal wie horizontal verbaut. Obwohl schon eine Abweichung von einem Zentimeter seiner Zeit mangels Werkzeug nicht messbar gewesen wäre. Wofür diese Präzision? Zwei Antworten liegen nahe. Hier die klassische. Der Einfallsreichtum, die Zielstrebigkeit wie die Intelligenz der ägyptischen Handwerker waren darauf gerichtet, die geometrische Perfektion der Architektenpläne umzusetzen. Denn hier ging es um ein Projekt im Reich der Götter. Von der Pyramide bis zur letzten Statue galt es, die kosmische Balance zu erhalten. An dieser Balance aktiv mitzuarbeiten, war der pflichtschuldigste Wunsch eines jeden Ägypters. Da keine Aufzeichnungen überliefert sind, glaubte man lange Zeit, die Ägypter hätten keine Mathematik entwickelt. Warum also die Chiobs-Pyramide entsprechend untersuchen? Dabei ist all das der Beweis perfekter Planung wie Ausführung. Und warum wurden gewaltige Granitblöcke aus 800 Kilometer Entfernung herangeschafft? Aus dem gleichen Grund, aus dem wir auch heute noch Granit einsetzen. Er ist über Äonen hinweg absolut formstabil. Aus den Maßen leiten sich Formeln ab. Und Formeln sind Ausdruck mathematischer Kenntnisse. Mein Informant ist sich sicher, die Pyramide fungiert als Zeitkapsel für dieses Wissen. Er zirkelt erneut, diesmal zwei Kreise. Der eine liegt genau innerhalb der Pyramidengrundfläche, der andere exakt außerhalb. Dann subtrahiert er den Umfang des Kleineren vom Größeren. Zeigen Sie das einem Physiker. Das sieht mir doch sehr nach der Lichtgeschwindigkeit aus. Tja. Oben die Lichtgeschwindigkeit, unten die Zahlen, abgeleitet aus der Chiobs-Pyramide. Mehr sag ich nicht. Vielleicht erscheint diese detaillierte Beschäftigung mit der Chiobs-Pyramide bereits manchem wie eine Obsession. Aber wenn wir all das Wissen zusammenfügen, ergibt sich ein Schlüssring erfasst. Aber für meinen Informanten sind die auf dieser Linie eine Himmelsprojektion. Bei der Suche nach dem wahren Geheimnis der Chiobs-Pyramide haben auch schon andere bemerkenswerte Forschungsergebnisse zutage gefördert. Im letzten Jahrhundert erkannte der Priester und Astronom Moreu, dass dieser Kult-Äquator die Landmassen der Erde exakt teilt. Mit Gizeh als zentralem Ort. 2000 Jahre zuvor erwähnte Aratharchides von Knidos, dass die Chiobs-Pyramide eine geografische Projektion der Oberfläche des nördlichen Teils der Erdkugel darstellt. Mathematische Berechnungen ergaben eine Bestätigung dieser These. Die doppelte Grundlinie wiederum ist die Strecke, um die sich ein Punkt am Äquator in einer Sekunde bewegt. Das resultiert aus dem Wert, den die Erdrehung unseres Planeten hat. Und diese Fülle an Daten ist in nur einem Objekt der Chiobs-Pyramide versammelt. Man hört schon die Kritiker mit ihrem Küchenstuhlargument murmeln oder noch schlimmer das Zahnbürstenbeispiel zitieren. Man kann sich jedes Objekt vornehmen. Ob das eine Zahnbürste ist oder eine Dampflokomotive. Wer eine bestimmte Logik der Proportionen darin sucht, wird sie finden. Die einen halten alles für einen erstaunlichen Zufall. Die anderen wähnen die Hand Gottes im Spiel. Dabei geht es um harte Fakten. Und Fakten, so schrieb es Aldous Huxley, verschwinden nicht, nur wenn man sie ignoriert. Alles spricht gegen eine Vergangenheit, so wie wir sie zu kennen glauben. Um die Gedanken wieder auf ein Ziel zu lenken, analysieren wir erneut die Königskammer. Jeder Steinblock kam aus einer Entfernung von 800 Kilometern. Bei einem Gewicht vergleichbar dem von 40 Autos. Diese Blöcke wurden auf den zehntel Millimeter präzise, vertikal wie horizontal verbaut. Obwohl schon eine Abweichung von einem Zentimeter seiner Zeit mangels Werkzeug nicht messbar gewesen wäre. Wofür diese Präzision? Zwei Antworten liegen nahe. Hier die klassische. Der Einfallsreichtum, die Zielstrebigkeit wie die Intelligenz der ägyptischen Handwerker waren darauf gerichtet, die geometrische Perfektion der Architektenpläne umzusetzen. Denn hier ging es um ein Projekt im Reich der Götter. Von der Pyramide bis zur letzten Statue galt es, die kosmische Balance zu erhalten. An dieser Balance aktiv mitzuarbeiten, war der pflichtschuldigste Wunsch eines jeden Ägypters. Da keine Aufzeichnungen überliefert sind, glaubte man lange Zeit, die Ägypter hätten keine Mathematik entwickelt. Warum also die Cheops-Pyramide entsprechend untersuchen? Dabei ist all das der Beweis perfekter Planung wie Ausführung. Und warum wurden gewaltige Granitblöcke aus acht? Warum hat sich eine Gruppe Polynesier eines Tages entschieden, alles hinter sich zu lassen, Freunde, Familie und die geliebte Heimat, um sich auf eine waghalsige Reise ins Unbekannte zu begeben, die erst nach 3700 Kilometern enden sollte? Die Gesichter der Statuen sehen auch gar nicht polynesisch aus, mit ihren Adlernasen, den schmalen Lippen und der hohen Stirn. Und sind dies die Hände der Bildhauer? Ausgerechnet in Peru hat man Darstellungen gefunden, die dieser aus Vinapu ähneln. Die Steinarbeiten hier in Vinapu und in der Inka-Festung Sacsayhuacman gehören zu den beeindruckendsten Zeugnissen ihrer Art. Ich kann nicht ausschließen, dass die Inkas unsere Insel beeinflusst haben. Dieser Frage kann man nur vor Ort nachgehen, in Peru. Auf der Halbinsel Paracas findet sich diese gewaltige Felszeichnung. Niemand weiß, wann der Kandelaber von Paracas geschaffen wurde. Vorschläge sind jederzeit willkommen. Klar ist nur, dass die 167 Meter lange Zeichnung exakt eingenordet ist. Und sie ähnelt einem anderen Felszeichnungsphänomen. Den gigantischen Linien von Nazca. Auf 500 Quadratkilometern der gewaltigen Nazca-Ebene wurden 1926 aus der Luft diese Bilder entdeckt. Sie wurden der Nazca-Kultur zugeschrieben, die hier von 200 vor Christus bis 600 nach Christus existierte. Die Zeichnungen der Tiere sind schon für sich genommen äußerst beeindruckend. Doch was sie so unglaublich macht, ist ihre enorme Größe. Außerdem gibt es diese wie mit dem Lineal gezogenen Linien. Die längste misst über 20 Kilometer. Die schmale Straße ist übrigens die Panamericana und die Spielzeugautos sind riesige Laster. Vom Boden lassen sich die Figuren nicht mal erahnen. Auch nicht von den umliegenden Bergen. Nur aus dem Flugzeug werden sie sichtbar. Wofür dienten sie? Machu Picchu und Gizeh liegen alle auf einer Linie. Teotihuacan, Gizeh und Shenzi ebenso. Und das Zentrum bildet Gizeh. In Gizeh liegt offenbar ein Geheimnis verborgen. Irgendwann kommt der Punkt, an dem sich die vielen einzelnen Informationen von ihren althergebrachten Deutungsmustern lösen. So wie das Bildnis von Ramses nicht nur ein Gesicht, sondern auch eine geometrische Figur darstellt. Man wird endlich offener für die Theorien und Thesen andersdenkender. Man sucht ihren Kontakt und lernt von ihnen all die gemeinhin unterdrückten Details. Natürlich verliert man sich mitunter in haltlosen Gedankenspielen. Doch eine unbekannte Kraft, die durch all die Fakten hindurch zu wirken scheint, lässt einen nicht mehr los. Diese Kraft war an einem Punkt erstmals deutlich zu spüren. An der Roten Pyramide des Pharaos Snorfrou, Cheops Vater. 1982 fand der deutsche Ägyptologe Rainer Stadelmann vor Ort die Bruchstücke des sogenannten Pyramidions. Das ist der oberste Abschlussstein einer Pyramide. Nun im Jahre 2005 drehen wir erste Filmaufnahmen davon. Unsere Messungen decken sich mit denen von Stadelmann. Das Pyramidion ist einen Meter hoch, die Länge der Grundseite beträgt 1,57 Meter. Wir haben es zusammengesetzt. Die Maße waren 1 Meter mal 1,57 Meter. Wie ungewöhnlich. Genau einen Meter? Die Ägypter hatten sich viel Wissen erarbeitet, aber unser metrisches System kannten sie natürlich nicht. Der rohe Stein dürfte zwei Kubikmeter gehabt haben. Genug für den Steinmetz. Das würde bedeuten, er ist zufällig genau einen Meter hoch. Denn wir wissen ja, dass das metrische System in jener Zeit noch nicht existierte. Vielleicht formulieren wir es genauer. Wir glauben, dass es damals noch nicht existierte. Wir werden darauf noch zurückkommen. Erstaunlich ist ohne Zweifel Folgendes. Bei weiteren Filmaufnahmen im Jahr 2008 sah das Pyramidion völlig anders aus. Das ist faszinierend. Denn damit geht ja die ureigene Funktion des Objekts verloren. Es hat genau diese Form, seit es erschaffen wurde. Und nun dies. Das ist für uns absolut unerklärlich. Nicht nur die Form des Pyramidions hatte sich verändert, auch seine Größe. Und das ist wichtig, wenn man bedenkt, welche zentrale Rolle es für die Städten in Gizeh hatte, wie wir gleich sehen werden. Doch zunächst machen wir einen Schritt zurück. Ägyptologen werfen Forschern mit alternativen Ideen oft vor, sie wären bei der Beurteilung der Fakten nicht streng genug. Doch es zeigt sich, auch die anerkannte Wissenschaft nimmt es, vor allem mit ihren Quellen, nicht immer so ganz genau. Der Steinbruch der Steinmetz und der Bildhauer. Das war Teil der Beziehung zwischen diesen Menschen und ihren Göttern. Mit viel Zeit mag man eine Statue auf Hochglanz bringen. Aber das erklärt nicht ihre auf Zehntel Millimeter genaue Symmetrie. Dafür reichten die angeblichen Werkzeuge jener Zeit einfach nicht. Erst recht nicht, wenn es um kolossale Statuen von 15 Metern Höhe geht. Je länger man sich damit auseinandersetzt, desto plausibler erscheint einem, die Menschen jener Zeit müssen noch über völlig andere Technologien verfügt haben. Oder gibt es eine andere Erklärung? In den Lehrbüchern finden wir immer nur solche bunten Bildchen, aber die können einfach niemanden wirklich überzeugen. Keiner kann nachträglich einfach postulieren, welche Werkzeuge zum Einsatz kamen. Wer dazu Theorien aufstellt, sollte sie in der Praxis demonstrieren können. Die Frage der Werkzeuge stellt sich nicht nur bei den Bauwerken des alten Ägypten. Diese Fotos zeigen völlig andere antike Städten. Und doch erinnern sie einen geradezu frappierend an die Mauern in den Tempeln am Nil. Als strenggläubiger Archäologe sollte man bei diesem Gedanken wohl umgehend einen Erholungsurlaub antreten. Warum? Diese Mauern stehen in einer entlegenen Ecke der Welt, weit entfernt vom Niltal. Um dorthin zu gelangen, ist ein Flugzeug nötig, denn die Osterinsel liegt mitten im Pazifik. Bis zur Küste Chiles sind es 3700 Kilometer, bis nach Tahiti sogar über 4000 Kilometer. Die Insel ist ein Dreieck mit gut 160 Quadratkilometer Fläche. Wer eine felsige Ödnis erwartet, wird überrascht. Die Insel ist tropisch grün, wird bevölkert von wilden Pferden und zwei ihrer drei Vulkankrater sind mit Süßwasser gefüllt. Aus dem Tuffstein des Vulkans Rano Raraku meißelten Ureinwohner einst die Moais, die berühmten Steinfiguren. Hier die gängige These, wie die Insel besiedelt wurde. Im Rahmen der sogenannten polynesischen Expansion erreichten Einwohner der 3700 Kilometer entfernten Marquesas-Inseln ein Eiland, das sie Rapanui nannten, und ließen sich dauerhaft nieder. Doch wann genau war das? Das Alter des Gesteins können Wissenschaftler bestimmen. Mehr aber nicht. Ich kann es geologisch einordnen. Ich kann sagen, woher es stammt und bestimmen, wie viele Millionen oder Milliarden Jahre alt dieses Gestein ist. Aber da endet mein Wissen als Geologe. Wann die Bildhauer den Tuffstein bearbeitet haben, bleibt also im Dunkel der Geschichte verborgen. Laut den Archäologen ist dies die älteste Mauer der Insel aus der Entfernung vom Nordpol zum Äquator. Er wurde 1793 für verbindlich erklärt, auf Vorschlag des Bischofs Teleron. Doch woher kommt unser Meter tatsächlich? Wurde es etwa jahrhundertelang im Geheimen weitergereicht? Haben nur die Mitglieder verschworener Bruderschaften von diesem Mars gewusst? Oder gibt es eine andere, einfache Erklärung? Wieder war so ein Punkt erreicht, an dem alle Fakten sich von ihren ursprünglichen Bezügen lösen. Der mathematisch versierte Informant war mit seinen Berechnungen noch längst nicht am Ende. Doch diesmal war endlich ein Ziel in Sicht. Ausgangspunkt war das Pyramidium. Es war nicht nur exakt einen Meter hoch. Addiert man zweimal die Grundseite von 1,57 Meter, erhält man wiederum 3,14, also Pi. Warum nur war niemand vorher auf diese Idee gekommen? Das Pyramidium war nichts anderes als das Urmeter der alten Ägypter für den Bau der Pyramide. Selbst seinem Entdecker war dies offenkundig entgangen. Vermutlich war dieses Pyramidion das fehlende Pyramidion der Cheops-Pyramide. Aber warum lag es dann 20 Kilometer entfernt am Fuß einer anderen Pyramide? Der Informant brachte wieder seinen Zirkel zum Einsatz. Wenn man dem Kreisdurchmesser den Wert 1 zuordnet, ohne jede Einheit, erhält man alle Verhältnisse so, als wenn es sich um genau einen Meter handeln würde. Aber nur, wenn man ihm den Wert 1 Meter zuordnet, kommt man auf die exakten Maße der Königselle. Offenbar kannten die Ägypter das metrische System. Lange vor uns. Eine abschließende Gleichung macht das Ergebnis praktisch unwiderlegbar. Da fragt man sich einfach, kann so eine komplexe Gleichung mit zwei herausragenden Zahlen, wie der Kreiszahl und der goldenen Zahl, genau die Länge der Königselle zum Ergebnis haben? Genug Mathematik. Der Informant entfaltete bereits eine Karte. Die Linie, die die Osterinsel mit Gizeh verbindet, ist Teil eines erdumspannenden Kreises von 40.000 Kilometern Länge. Der Länge des Äquators. Tatsächlich gibt es keinerlei Verbindung zwischen zwei Orten, ob sie nun Nachbarn sind oder weit entfernt, wenn zwischen den Kulturen derart viel Zeit liegt. Nichts verbindet die Osterinsel mit den ägyptischen Pyramiden. Auf einer etwa 100 Kilometer breiten Bahn verbindet diese weltumspannende Perlschnur bedeutende Kulturstecken. Sie läuft in Peru durch den Paracas-Kandelaba, die Nazca-Linien, Ochiante Tambo, Machu Picchu, Cusco, Saxeo-Achman und den Ort der sogenannten Paratuari-Pyramiden. In Afrika erreicht sie in Mali das Land der Dogons, die lange vor uns die Sterne Sirius A und B kannten. Die globale Perlenkette läuft dann durch Tassilina-Tschäer in Algerien. Berühmt sich besuchte Hartwig Haustorf die Gegend und brachte aus China diese Bilder mit. Möglicherweise sind es die einzigen, die die Pyramiden dokumentieren. Es gibt gut 100 dieser Pyramiden. Eine enorme Leistung. Aber keiner weiß wann, von wem und warum sie errichtet wurden. Ich glaube, ich bin im Moment der einzige Mensch weltweit, der von den chinesischen Behörden auch die Erlaubnis bekommen hat, in China diese Pyramiden zu filmen. Und deswegen war es für mich einfach ein Muss, dorthin zu gehen und der Welt zu beweisen, diese Pyramiden existieren. Eines bleibt wie in Mexiko und Ägypten auch hier mysteriös. Die Erbauer haben den Grund des Baus verschwiegen. Es wäre sinnlos, nach irgendwelchen Verbindungen zwischen weit entfernten Zivilisationen unterschiedlicher Zeiten zu suchen. Ägypten existierte lange vor den Kulturen im heutigen Mexiko. Und es gab keinerlei Verbindung zwischen Nordafrika und Mittelamerika. Es ist interessant. Die Ägypter schreiben in Hieroglyphen. Die chinesischen Schriftzeichen sind etwas Ähnliches, wenn auch viel komplexer. Und auch die Mayas hatten eine Bilderschrift. Und diese drei Kulturen haben alle monumentale Signalbauten errichtet. Aber das gilt nicht für Mesopotamien. Es ist also Zufall. Und Schrift entwickelt sich ganz natürlich, sehr häufig aus Bildzeichen. Es gibt noch mehr Gemeinsamkeiten, aber die wichtigsten sind eine Art Bilderschrift, Mumifizierung der Toten, Wissen um die Astronomie und damit verbunden, frühe Kalender, sowie erdbebensichere Gebäudekonstruktionen. und kein Hinweis über die Mittel, mit deren Hilfe all das ausgeführt wurde. Wir sind uns so, sicher, dass all diese Kulturen zu verschiedenen Zeiten existierten. Dabei sollten wir nicht vergessen, dass man steinerne Monumente nicht datieren kann. Das geht nur bei organischem Material, das man in der Nähe findet. Es gibt nirgendwo Aufzeichnungen, die den Bau der Monumente darstellen. Da stellt sich unwillkürlich die Frage, wurden diese Großbauten tatsächlich von den Menschen dieser Völker errichtet? Sie entwarfen eine modellhafte Projektion davon, in Form einer Pyramide, die alle Parameter enthielt. Entlang eines Äquators rund um die Erde errichteten sie nun Kultstätten. Sie kannten auch bereits die Lichtgeschwindigkeit. Nach vielen Jahren intensiver Beschäftigung mit der Materie, erscheint ein Gedanke unausweichlich. Es gibt dafür einen Grund. Der Informant war bereits einen Schritt weiter. Es war tatsächlich so. 37 Jahre hatte sich mein Informant in alle Details hineingearbeitet. Es war Zeit, das Geheimnis zu lüften. Um zu verstehen, was die unbekannten Erbauer der Pyramiden bezweckten, gehen wir einen Schritt zurück. Am 2. März 1972 starten die USA die Raumsonde Pioneer 10. An Bord befindet sich eine kleine Platte mit diesen Zeichnungen. Sie enthalten die Information, dass wir Menschen zwei Geschlechter haben und wie groß wir im Vergleich zur Kapsel sind. Außerdem nennt die Plakette die Position der Erde im Sonnensystem, ihre Gestalt und viele weitere Informationen. Es sind Muster mit einer Botschaft. Und genau das haben die Erbauer der Pyramiden vor tausenden von Jahren offenbar auch im Sinn gehabt. Nur war ihre Botschaft nicht an ferne Welten gerichtet, sondern an die Bewohner der Erde. An uns. Bislang haben wir uns mit harten Fakten beschäftigt. Nun folgt die These, was all das bedeuten könnte. Angenommen, es war eine verschlüsselte Botschaft. Wer sich die Mühe macht, Bauwerke von dieser Größe zu errichten, damit das alles die Jahrtausende überdauert, muss es mit seiner Botschaft sehr ernst gemeint haben. Der Informant ist überzeugt, die Cheops-Pyramide zeigt die Tag- und Nachtgleiche an, damit unsere Aufmerksamkeit auf den planetaren, astronomischen Zyklus gerichtet wird. Jeder Stern am Firmament rückt alle 72 Jahre um einen Grad weiter. Nach 26.000 Jahren steht er wieder an der Ursprungsposition. 26.000 Jahre brauchen die Sterne für einen Orbit. Um die Erde präzise im Raum zu verorten, benutzen Astronomen die Stellung der Sterne, die als Tierkreiszeichen leicht wiederzuerkennen sind. Auch die Sterne, die die Sphinx genau im Blick hat, sind gewandert. Wir wissen, welche Naturkatastrophen durch die Kontinentaldrift, Vulkane oder Meteoriteneinschläge möglich sind. Wir finden keine Spuren. Das widerlegt nicht, dass es eine unbekannte Hochkultur gab. Wenn das also möglich wäre und im Gegensatz dazu die herkömmlichen Theorien der Archäologen so viele Fragen offen lassen, warum verschließen wir uns dann dieser Möglichkeit? Weil es am Glauben all der Menschen kratzt, die meinen, sie hätten gar keinen Glauben. In diesem Film wurden Fakten genannt, die jeder Überprüfung standhalten. Würde unsere Zivilisation verschwinden, so würde manches die Jahrhunderte überdauern. Aber nicht die Jahrtausende. Nur Objekte von der Dimension der Pyramiden in Ägypten. Folgende These scheint plausibel. Die Erbauer kannten Gestalt und Größe der Erde. Sie entwarfen eine modellhafte Projektion davon in Form einer Pyramide, die alle Parameter enthielt. Entlang eines Äquators rund um die Erde errichteten sie nun Kultstätten. Sie kannten auch bereits die Lichtgeschwindigkeit. Nach vielen Jahren intensiver Beschäftigung mit der Materie erscheint ein Gedanke unausweichlich. Es gibt dafür einen Grund. Der Informant war bereits einen Schritt weiter. Es war tatsächlich so. 37 Jahre hatte sich mein Informant in alle Details hineingearbeitet. Es war Zeit, das Geheimnis zu lüften. Um zu verstehen, was die unbekannten Erbauer der Pyramiden bezweckten, gehen wir einen Schritt zurück. Am 2. Im 2. März 1972 starten die USA die Raumsonde Pioneer 10. An Bord befindet sich eine kleine Platte mit diesen Zeichnungen. Sie enthalten die Information, dass wir Menschen zwei Geschlechter haben und wie groß wir im Vergleich zur Kapsel sind. Außerdem nennt die Plakette die Position der Erde im Sonnensystem, ihre Gestalt und viele weitere Informationen. Es sind Muster mit einer Botschaft. Und genau das haben die Erbauer der Pyramiden vor tausenden von Jahren offenbar auch im Sinn gehabt. Nur war ihre Botschaft nicht an ferne Welten gerichtet, sondern an die Bewohner der Erde. An uns. Bislang haben wir uns mit harten Fakten beschäftigt. Nun folgt die These, was all das bedeuten könnte. Angenommen, es war eine verschlüsselte Botschaft. Für 20 Jahre, und zwar damit. Das ist nicht nur beeindruckend, es erscheint geradezu unglaubwürdig. Doch genau das gab den Anstoß zu diesem Film. Zehn Jahre wurde allen Rätseln nachgegangen und das Ergebnis der Recherche ist geradezu umwerfend. Doch fangen wir ganz von vorn an. Die Geschichte Ägyptens scheint wie in Stein gemeißelt. Sie basiert auf Forschung und harten Fakten. Oder etwa nicht? Was wissen wir eigentlich über das Alte Reich? Die Zeit, in der die Cheops-Pyramide entstand. Jean Leclan, einer der profiliertesten Kenner des Alten Ägypten, meint, eindeutig datieren lasse sich die Geschichte Ägyptens erst ab 680 vor Christus. Seit dieser Zeit gibt es Querverbindungen zu griechischen und römischen Quellen. Die Unterschiede können plus minus 200 Jahre betragen. Wir glauben, die Ägyptologen könnten im Überfluss auf alte Quellen zurückgreifen. Das ist auch für gewisse Zeitabschnitte richtig. Aber gerade für das Alte Reich gibt es stattdessen viele Fragezeichen. Ihre Fragen sind auch unsere. Wir haben viele Ideen zum Bau der Pyramiden, aber keine alten Schriften. Das gilt auch für Cheops, dessen Grab die große Pyramide sein soll. Es ist unsicher, wann und wie lange er regierte. Wie bei allen Pharaonen haben wir keine Schriften von ihm. Um einen Eindruck zu bekommen, wie schwierig es ist, die Wahrheit auch nur zu erahnen, reicht ein Blick auf die alten Texte. Geschrieben in einer schwer zu entziffernden Schrift, Jahrhunderte nach dem Bau der Cheops-Pyramide. Kurz zusammengefasst lässt sich sagen, Ägyptologen sind bei weitem nicht einer Meinung. Sie stellen Thesen auf, fügen dieses hinzu, lassen jenes weg. Das betrifft auch den Bau der Cheops-Pyramide. Außer dem Bauwerk selbst gibt es wenig harte Fakten. Es ist nur naheliegend, bei Geologen und Experten für die Bearbeitung von Steinen nachzuforschen. Wie auch bei Ingenieuren und Architekten. Zwei Baustellen liefern uns eine anschauliche Vorstellung davon, was in Gizeh geleistet wurde. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts beteiligten sich 22 Nationen mit finanzieller Unterstützung von 50 Ländern an der Umsetzung der in über 2200 Blöcke zersägten Tempelanlagen von Abu Simbel, die vom Assu-Anstaudamm bedroht waren. Trotz modernster Maschinen dauerte das Unternehmen fünf Jahre. 2200 Sandstein- und Felsblöcke in fünf Jahren. Zwei Millionen in 20 Jahren. Ohne Baumaschinen und Kräne. Die zweite Baustelle ist eine ehemalige Tongrube, die mit Schutt aufgefüllt wurde. Das Volumen der Grube ist etwas kleiner als das Volumen der Cheops-Pyramide. Und wie lange dauert sie?